Live aus der Schaumwein-Arena in Düsseldorf, die beiden unehrlichen Söhne von Harald Schmitz. Zeitgeist, Zeitgeist, Zeitgeist und Wunderlich, oh yeah. Und jetzt geht die wilde Fahrt los. Herzlich willkommen, es ist wieder Zeitgeist und Wunderlich-Zeit. Heute wieder mit zwei ausgefallenen Dudes. Der eine sieht aus wie Harald Glückler vor der OP. Hallo Janni. Hallo, grüße bitte. Und der andere, das bin ich, der Maxi, er sieht aus wie Harald Glückler während der OP. Ist es schon der Autounfall? Ja oder nein? Ja, da kommen wir später dazu. Da kommen wir auf jeden Fall später dazu. Schwer angeteast hier. Ja. Jan, du hast viel erlebt, hast du mir gesagt, in dieser Woche. Ich muss aber, bevor du loslegst, haben wir, uns haben viele Nachrichten erreicht, ja. Wir sind ja ein sonst, würde ich sagen, bestens, bestens vorbereiteter, durchrecherchierter Podcast der Extraklasse. Wer sich erinnert, in der letzten Folge haben wir über das Kegeln gesprochen. Und über Jens Spahn, der Kegeln geht. Und ich sagte mehrfach, der Mann kommt aus Gronau und geht dort kegeln. Das hat die Community mitbekommen. Und es kamen mehrfach Meldungen, wo die Frage aufkam, seid ihr euch sicher? Und natürlich war es nicht korrekt, er kommt nicht aus Gronau, sondern er kommt aus Aarhaus-Ottenstein. Ah, okay. Aarhaus in the middle of the street. Aarhaus. Ja, Aarhaus, genau. Aarhaus ist es, nicht Gronau. Aarhaus liegen aber sehr nah beieinander, die beiden Orte. Also, man kann rüber spucken, wenn man möchte, ja. Gut, dass wir das jetzt nochmal aufgeklärt haben. Das wollte ich, wie gesagt, nur der Chronistenpflicht, entsprechend wollte ich das nur nochmal geklärt haben, dass unser Jens, unser Bundesgesundheitsjens, ja, aus Aarhaus-Ottenstein kommt. Wunderbar. Vielen Dank für die Hinweise. Ja, vielen lieben Dank für alle sachdienlichen Hinweise. Vielen lieben Dank auch Max, dass du das jetzt hier nochmal aufgeschlüsselt hast. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, passt denn jetzt unsere Erzählung, unser Narrativ denn überhaupt noch, dass quasi er und Udo Lindenberg aus dem gleichen Ort kommen? Scheinbar ja dann nicht. Ja. Da kommen sie dann nur noch aus Nachbarorten. Ja, aber. Also, ich sehe unsere Netflix-Doku dahinschwinden. Nee, 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 so schlimm ist es noch nicht, weil, sagen wir mal so, ja, das ist eine Distanz. Ich würde sagen, ich gehe, also, Ottenstein direkt, ja, nach Gronau, ja, das sind, ja, gut, 18 Kilometer. Der, äh, der Jens ist auf dem Rad gut unterwegs, äh, der fährt durchs, ähm, Amsfen-Hünsfelder Moor, Hünfelder Moor, ja, wer kennt's nicht. Ähm, ja, und dann ist er auch schon da. Ich finde, das ist eher so ein Horrorstoff jetzt, ja, wenn der da nachts irgendwie Winter zum Kegeln fährt, durch dieses Moor, dann kommen da, steigen da so ein bisschen die Moorleichen auf und dann geht's so richtig los. Ja, das ist eher so ein Thriller-mäßiges, also wie Michael Jackson Thriller, weißt du? Ja, ich glaube, da wurde das auch gedreht, da wurde es gedreht. Da wurde es gedreht und dann aber nicht Michael Jackson, sondern Udo Lindenberg mit so einem Video, ja, da sehe ich ihn, wie auf einmal Jensi ins Bild geradelt kommt. Ja, also hinten so mit so einem Helmchen auf, natürlich, wie sich gehört, klare Sache. Er hat, glaube ich, aber diesen Aufblashelm, ne? Also, für alle, die den vielleicht nicht kennen, es gibt ja ganz praktisch, ja, einen Fahrradhelm, den man quasi optisch nicht auf den Kopf trägt, sondern genau, einen Airbag, den hast du, trägst du, glaube ich, im Nacken, wie so ein Nackenhörnchen. Und wenn du dann fällst, bläst er sich irgendwie auf und sorgt dafür, dass du dann quasi nicht auf den Kopf fällst, sondern höchstens ganz fies auf den Nacken. Ja, genau. Er kann aber wirklich Leben retten, also insofern, vielleicht hat er den, müssen wir mal recherchieren. Müssen wir mal recherchieren. Wie dem auch sei, aber so vielen lieben Dank, dass du hier die Chronistenpflicht eingelöst hast, lieber Max. Ja. Du hast es gesagt, ne? Ich hatte eine bewegende Woche mal wieder, ja, es war viel los. Und vor allem bin ich meiner alten und neuen Lieblingsbeschäftigung nachgegangen, Arztbesuche. Ja, ich liebe es, ja, ich liebe Arztpraxen und ich war diese Woche da viel unterwegs. Der Rücken schmerzt mal wieder, ja, deswegen viel bei Orthopäden gewesen, aber auch bei Hautärzten, ja. Und da war es so, Freitagmorgen, ja, zu früher Zeit, schon 8.30 Uhr, ich sitze beim Hautarzt und da sind mir verschiedene Dinge aufgefallen. Erstmal bei ihm im Behandlungszimmer. Ich kam rein, er musste erstmal noch, er musste erstmal noch quasi ein paar Rezepte rüberfaxen nach Sylt. Und da befand sich ein Freund von ihm, ja, er hatte erstmal keine Zeit für mich, ich habe mich so ein bisschen umgeschaut bei ihm. Oldtimer-Sammlung im Behandlungszimmer, ja, auch schön, also, weißt du, so Modellautos. Achso, Originalgröße einfach. In Originalgröße. Das Behandlungszimmer, 8.000 Quadratmeter Lagerhalle, mitten in der Düsseldorfer Innenstadt, gar kein Problemchen. War früher mal so ein Getreidespeicher, jetzt eine Arztpraxis, ja. Ja, so wie in der Klassik-Remise in Düsseldorf, da hat er, das ist ja so ein großes, so eine Oldtimer-Show und da hat er jetzt einfach ein Behandlungszimmer drin. Du kannst auch, wenn du willst, wie so in so amerikanischen Beerdigungen, wo du dich in so einem Cadillac beerdigen lassen kannst, kannst du da wirklich in so einem Cadillac auch behandelt werden. Ja, genau. Der zieht auch Zähne, wie bei den alten Jackass-Filmen, er schnurrt an den Zahn und er drückt mal vorne auf den Porsche richtig auf die Tube und hinten ist das Band an den Porsche gebunden und zieht dir den so raus. Ja, das ist richtig Event. Ist ein 360-Grad-Arzt, weil, also, du gehst hin von der Hautarztbehandlung und dann zieht dir trotzdem einen Zahn. Dann wird dir erst ein Butterball weggeschnitten und noch einen Zahn gezogen. Ja, ja, stimmt. Also, ich vergaß. So war es. Und ich war jetzt da, ich wollte einfach nur eine Überweisung von ihm. Wohin? Zu einem anderen Arzt, der soll mir hier so einen Fettknubbel wegschnibbeln. Ja, also Fettknubbel unter der Haut soll weggeschnibbeln. Ja, das machen die doch ambulant. Das soll weggeschnibbelt werden. So, und pass auf, ich brauchte jetzt eine Überweisung. Dieser Arzt hatte mir die auch schon mal gegeben. Ich war nur zu verschlurft, ja. Irgendwann nach drei Monaten brauchst du ja eine neue. So, hatte ich verschlurft. Ich also wieder hin. Ich wollte also eine neue. So, und das war ja jetzt kein großer Auftrag. Deswegen war jetzt sozusagen diese Session eigentlich relativ schnell beendet. Und jetzt hat er immer gemerkt, ja gut, jetzt habe ich ja quasi Zeit gewonnen. Ja. Also er jetzt. Und hat sich gedacht, Mensch, dann kann ich die Zeit doch noch ein bisschen nutzen, ja. Und sitze hier noch mit dem Patienten und ich erzähle ihm mal einen Witz, ja. Ich erzähle jetzt mal hier so einen Arztwitz. Dir? Ja, mir. Genau. Okay. Und jetzt habe ich einen wirklich kapitalen Fehler gemacht. Ich habe nämlich über diesen Witz gelacht. Ja. Weil was dann kam, das war quasi so eine Art, ich kann schon sagen, es war ein Comedy-Special. Ja. Also ich vielleicht, ich erzähle dir mal seinen Open, also seinen Opening-Bit, ja. Wir bewegen uns auch hier wirklich so im Genre oder im Sujet Arztwitz, ja. Also Witz über andere Arztgattungen, ja. Also vielleicht, du kannst ja, ist ein interaktiver Witz, da kann man auch einwirken. Also der erste Witz war, äh, was ist rot und auf dem Chirurgenkittel? Richtig, Blut, ja. Was ist gelb und ist auf dem Urologenkittel? Urin. Urin, richtig, wusste ich auch, ja. Mordsbrüller. Und dann, was ist hellbraun und ist auf dem Anästhesistenkittel? Kaffee. Also Mordsbrüller, ich gelacht und dann kam wirklich. Was hast du denn gesagt, Code? Ich glaube, das ist eigentlich die Antwort, die so ein bisschen impliziert wird. Ich habe aber nichts gesagt. Also da habe ich erst geschwiegen, dann blöderweise gelacht und wie gesagt, dann kamen wirklich noch fünf, sechs weitere Witze. Kurde Frage, war der dabei? Verabschieden sich drei Ärzte, ne? Ja. Der Augenarzt sagt, man sieht sich, ne? Der Ohrenarzt sagt, man hört sich. Und der Gynäkologe sagt, ich schaue bald wieder rein. Der war leider nicht dabei, aber wenn ich nächstes Mal zu ihm komme, dann bin ich top vorbereitet, werde den erstmal bringen. Oder hat er den vielleicht erzählt? Kommt ein Mann zum Arzt, fragt er, Herr Doktor, kann man mit Durchfall baden? Sagt der Arzt, wenn sie die Wanne vollkriegen. War leider auch nicht dabei, aber ich merke schon, wir könnten uns vielleicht bei ihm als Ghostwriter bewerben. Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe einen Knoten in der Brust. Na Mensch, wer macht denn sowas? Ja, also ich merke schon, ihr beiden könntet vielleicht auch zusammen auf Tour gehen. Ja, also war wirklich, war Comedy-Special-like und danach hat er mir noch erklärt, wie man eigentlich jetzt die Corona-Impfstrategie angehen sollte, seiner Meinung nach. Impfpflicht für alle, ja? Ja. Und er hat auch genau gesagt, wie man das machen würde und so ist eigentlich aus einem zweiminütigen Termin auch so eine Stunde geworden. Aber auch schön, ne? So bin ich gut in meinen Wartezimmer gekommen. Das Wartezimmer füllte sich. Ja, genau. Und von drinnen hörte man nur so. Kennst du den noch? Darf der das? Darf der das? Ja, genau. Also vielleicht demnächst auf Tour, ich werde dann nochmal hier Bescheid geben, auf großer Deutschland-Tour, vielleicht im Vorprogramm erstmal vom Hirschhausen. Ja, klar. Also Ärzte on Tour. Ja, ja, klar. Ich glaube, das Programm könnte heißen Ärzte ohne Grenzen. Ja, ja, weiß ich gerade, genau. Ja. Also er hatte wirklich, er hatte, er hatte starke. Und erzählen dann wirklich nur sehr ausfällige Witze, ne? Da ist das so auf zwei Ebenen. Ja, genau. Die kennen dann auch keine Humorgrenzen. Nee, die kennen wirklich gar keine Grenzen. Außer Fäkal, Humor und so gar keine Grenzen. Ja, ja, genau. Rundenrum viel Witze, ne? Ja, ja. Und er hatte wirklich starkes Material. Ich glaube fast, er war auch derjenige, der in der Eifel, ja, als hier Armin Laschet gelacht hat im Hintergrund beim Steinmeier. Ich glaube, er war derjenige, der die Witze erzählt hat im Hintergrund. Ja, große, große Frage, ne? Ist er denn, also wenn er, wenn seine dermatologischen Fähigkeiten auf dem gleichen Level sind wie seine Humorkompetenz, dann verstehe ich, dass du dich hast überweisen lassen. Ja. Ja, besser ist es, ne? Ja. Ja, sehr schön, sehr schön. So war es. So war es. Ich weiß nicht, Max, was hast du erlebt diese Woche? Hast du irgendwas erlebt? Möchtest du was mit uns teilen? Oder sagst du, ach komm. Nee. Lieber nicht. Ich lasse mich direkt überweisen. Ich lasse mich in die politische Woche überweisen. Genau, ich lasse mich in die politische Woche überweisen. Absolut. Habe aber nichts erlebt, wieder mal, wie immer. Und deswegen würde ich sagen, ich fahre lieber hier den Jingle ab und möchte auch nichts gerne aus meinem Leben mit dem Rest der Welt teilen. Das ist meine Sache. Ich bin privat hier. Vielen lieben Dank fürs Teilen. Ja, und dann, ja okay, dann fahre ich mal ab, den Jingle, ja? Meine Damen und Herren, Ihre Republik ist nicht unsere, denn dumm bin ich nicht. Ich sage die Wahrheit. Herr Möllemann, Sie müssen ja schon wieder gut abgefüllt sein. Die politische Woche. Das war er jetzt, Herr Jingle. Und bevor wir einsteigen, vielleicht ein kleiner Disclaimer, weil auch natürlich in der letzten Woche, so wie in dieser Woche, das Thema Afghanistan bei uns nicht auf der Agenda steht. Da haben wir uns persönlich zu entschieden. Wir wissen um das Leid der Menschen und auch um die Diskussionen, die auf allen Ebenen laufen, um das Verhalten der USA, was gerade auch in Deutschland politisch abgeht. Zum jetzigen Zeitpunkt in diesem satirischen Format haben wir gesagt, hat das aktuell keinen Platz, weil wir eben sagen, lasst uns in Gedanken bei den Menschen sein, die es jetzt wirklich nötig haben und versuchen zu unterstützen, wo wir können. Und das als Ausgangssituation haben wir das genommen und als Anlass zu sagen, dieses Thema passt hier einfach in das Format nicht rein. Wir wissen aber natürlich darüber Bescheid und verweisen da auf seriöse Medien, über die man sich darüber informieren sollte und vielleicht auch, dass man da sich auch vielleicht informiert, was da so die letzten Jahre gelaufen ist, was aktuell läuft und wie man vielleicht auch da unterstützen kann. Und vielleicht packen wir auch in die Shownotes ein paar Organisationen rein, wo man sich engagieren kann, wenn man das möchte, auch aus der Ferne, weil vielleicht ist das ja nicht immer so einfach. Ja, so ist es. Luftbrücke beispielsweise ist eine der Organisationen. Packen wir alles mit rein und worüber wir aber natürlich sprechen können, definitiv sind sozusagen so den Umgang hierzulande mit dem ganzen Thema und die Auswirkungen auf den Wahlkampf. Und da sind wir doch eigentlich dann auch schon bei unserer kleinen Special-Kategorie in der Kategorie, weil wir haben ja gesagt, wir wollen unsere politische Woche eigentlich jetzt in den kommenden Wochen bis zur Bundestagswahl so gestalten, dass wir immer ein kurzes Update geben, euch up to date bringen, was ist eigentlich in der Woche so passiert, wie sieht es aus, was sagen die Umfragewerte, wie sieht es allgemein aus, auch wie steht es um das Wohlbefinden der KandidatInnen und ja Max, wir steigen mal wieder ein, würde ich sagen. Ja. Was ist diese Woche so gelaufen? Auf jeden Fall, die SPD hat ihr Wahlkampfvideo rausgehauen und ich weiß noch nicht, du hast es glaube ich noch nicht gesehen. Manche sagen auch gedroppt, oder? Manche sagen gedroppt. Sie haben abgeliefert, sie haben den Big Drop rausgeholt und zwar, das Ganze heißt Olaf packt an. Das klingt ehrlich wie Ralf Reicht. Kennst du diesen Film von Disney, Ralf Reicht? Nee, aber also Olaf packt an ist wirklich schon, ja, also was ist es, Reminiszenz an natürlich Helmut Schmidt, der kommt auch direkt am Anfang zu Wort, aber es hat natürlich auch so ein bisschen den Gestus von Bob der Baumeister, oder? Ja, schon, so hier, wie heißt es, Tool Time mit Tim Allen oder wie der heißt, ne? Ja. Ja, das hat es auch so ein bisschen, ne? Ja, aber pass auf, also wer das Video noch nicht gesehen hat, unbedingt mal reingucken, denn es ist, wie auch die Plakatkampagne, die haben wir ja auch schon letzte Woche besprochen, wirklich einfach sehr, sehr gut gemacht. Also, wenn man sich vielleicht nochmal so die Wahlwerbespots der letzten Jahre anschaut, bei den verschiedenen Parteien, da ist ja eigentlich selten mal eins als besonders so stark emotional oder, oder artifiziell rausgestochen vielleicht. Ja. Bei der letzten Bundestagswahl muss man sagen, FDP, ja, dieses Schwarz-Weiß-Ding hier schnell geschnitten mit Christian Lindner, man erinnert sich noch. Ja, da war ja auch der Fotograf von Rammstein am Start, ne? Ja, richtig. Und ich glaube, also wir müssen es wirklich jetzt mal herausfinden, weil ich könnte mir fast vorstellen, der ist, der hat die Lager gewechselt, ja? Ja. Der ist jetzt hier bei der SPD am Start, weil, also dieses Video fängt an, wie gesagt, Helmut Schmidts Stimme und man sieht dann auch irgendwie, Olaf Scholz läuft erstmal, dann Helmut Schmidts Stimme, ist erstmal ein bisschen weird, aber dann auch Gegenschnitt, dann kommt irgendwie Helmut Schmidt, dann sozusagen wird übergeblendet, quasi der Lebenslauf oder die Lebenslinien des Helmut Schmidt und die Parallelführung zur Vita von Olaf Scholz und dann geht es wirklich darum, was hat Olaf Scholz erreicht, ja? Und dann, was ist sein Auftrag? Und wie gesagt, also gut gemacht, muss man sich mal anschauen, mit anderen Worten, SPD liefert hier ab und gibt eigentlich jetzt New Material für den neuerlichen Aufschwung. Ja, die größte Frage, die ich mir stelle an der Stelle ist, man hat ja jetzt noch in den Reihen der SPD den letzten lebenden Bundeskanzler AD. Ja, pass auf, und den hat man wirklich so komplett rausgehalten aus der ganzen Nummer, ne? Ja. Also es wirkt wirklich so? Ich verstehe nicht, wieso. Ja. Er hat doch, er hat doch so abgeliefert, er ist doch medienwirksam, der Mann kann doch was, der Mann macht doch Meinung. Ja, ich glaube, während man sich so bei den vergangenen Wahlkämpfen immer noch so ein bisschen daran versucht hat, ihn einzubinden, weil man gedacht hat, so ja, dieses Kernige von dem Gerhard Schröder, ne, dieses Profil, das fehlt so ein bisschen, den holen wir da jetzt mal noch mit rein. Ja, und der jetzt mal so gefühlt erfolgreich war mit 40 Prozent. Ja, genau, genau. Also den hat man ja versucht, da irgendwie dann bei so Wahlkampfveranstaltungen trotzdem nochmal mit reinzunehmen. Und jetzt denkt man sich so, auch bei diesem Wahlkampfvideo und überhaupt, wie der Wahlkampf geführt wird, ne? Wir klammern diese ganze Episode einfach so komplett aus. Wo man vielleicht sagen muss, good move. Ja, ja, total. Also ich meine, irgendwie gefühlt Agenda 2010 hat man halt jetzt einfach auch… Parteiausschluss. Bei ihm jetzt. Ja. Wäre auch gerade überhaupt nicht. Die Frage ist fast schon, wäre es gefährlicher für den SPD-Wahlkampf gerade Tino Sarrazin oder Gerhard Schröder? Ja, wirklich wahr. Wirklich wahr. Ja, und was macht eigentlich gerade Hans-Georg Maaßen, ne? Ja, ist ruhig geworden. Aber überhaupt, diese ganzen Abtrünnigen oder wie soll ich sagen, alle, die noch der Stock in den Speichen des jeweiligen Wahlkampfs der Parteien sein könnten. Boris Palmer. Boris Palmer, Hans-Georg Maaßen und Gerhard Schröder. Alle sediert irgendwo, alle, die liegen alle irgendwo sediert in irgendwelchen Krankenhäusern so ab weit, weit weg. Oder die haben dann irgendwie so, die haben irgendwie so auf einmal so, die sind ja auch alle schon in, ja Boris Palmer vielleicht noch nicht in so einem Alter, aber die haben dann einfach so irgendwie so, hallo, herzigen Glückwunsch, Herr Palmer, Sie haben gewonnen beim Preisausschreiben eine Reise auf Vanuatu oder so und sind dann da halt irgendwie weggeschickt worden und dann stellt sich raus. Leider wurde ihr Handy vergessen, leider gibt es ja auch kein Internetempfang, leider geht der nächste Flieger auch erst am 27.09. zurück nach Deutschland und hat ja einfach irgendwo, ja, außer Lande geschafft und irgendwo verbuddelt. Ja, das ist doch wirklich so, ne? Man wartet nur drauf, dass irgendwo einer so, wie so dieser Clown, wenn man an dieser Kiste an der Kurbel dreht und der springt dann so raus und alle erschrecken sich. Das ist doch das Einzige, noch einer, der, einer von diesen, ja, wie du schon gesagt hast, abtrünnigen, von diesen Wildcards, dass die nochmal auftauchen und nochmal irgendwie wirklich der Stock in den Speichen des jeweiligen Wahlkampfs sind, oder? Ja, ähm, das sind wirklich so die Figuren, die für so einen ganz komischen Plot-Twist nochmal sorgen könnten, weißt du? Ja, also, naja. Aber wo wir, wo wir so ein bisschen, ähm, also in dem Zusammenhang, ne, kann ich ja auch schon mal sagen, freut euch schon mal, denn, wenn ihr es heute hört, dann ist, ähm, dann ist der 29.8., ähm, vielleicht auch schon der 30., weil ihr es erst am Montag hört, weil ihr früh ins Bettchen gegangen seid, weil ihr auch wieder alle viel arbeiten müsst für die Woche. Aber das Geile ist, am 2.9., also am Donnerstag, in kommt endlich der Wahl-O-Mat, endlich kommt er und dann wird natürlich nächste Woche groß, äh, der Wahl-O-Mat gespielt, ja, da freue ich mich schon besonders drauf, ich warte ja schon sehr lange, aber eine freundliche Hörerin unseres Podcasts hatte uns schon was geteilt, wer nicht warten kann, kann bei waltraut.de den Mato-Wahl machen, ja. Was ist der Mato-Wahl? Der Mato-Wahl ist, äh, da geht es speziell um Themen der Gleichberechtigung, Antirassismus und Inklusion, ja, den, äh, können wir auch nochmal verlinken, das ist also waltraut, also wie die wahl, traut, punkt.de, ja, slash Mato-Wahl, und da kann man dann, ähm, das Ganze, äh, schon mal sich einen kleinen Vorschlag holen. Aber kommt denn da am Ende auch eine Partei dann raus, oder wie ist die Idee? Ja, da kommt eine Partei draus, glaube ich, ja, also hier 32 Fragen, 5 Parteien beziehen, Position und am Ende, wie gesagt, 32 Fragen, das ist eine Menge Holz, ähm, und ist jetzt auch nicht einfacher Tobak, ich lese mal Frage 1 oder These 1 vor. Immer, wenn die Bundesregierung Maßnahmen ergreift, Gesetze erlässt oder Ausgaben tätigt, soll dabei die Gleichstellung der Geschlechter vor, ähm, äh, vorangebracht, äh, soll dabei die Gleichstellung vorangebracht werden. Das soll überprüft und gesetzlich verankert werden. Ich stimme zu, neutral weiß nicht, stimme nicht zu, überspringen. Ähm, ja, persönlich wichtigstes Thema. Da sind die Antwortmöglichkeiten wie eine einzige vorgelesen. Ich stimme zu, ja, weiß nicht, ich stimme zu, ja, weiß nicht. Nein, ich stimme zu, neutral weiß nicht, stimme nicht zu. Dann kann man die Frage überspringen, oder persönlich wichtigstes Thema und dann wird das doppelt gewertet. Aha, okay. Ja gut, also jetzt hat man ja schon mal einen Eindruck bekommen, ähm, wie das Ganze so von starten geht, machen wir, äh, vielleicht gerne nächste Woche auch mal zusammen. Beide Wahl-O-Math, also dann machen wir Wahl-O-Math und Mato-Wahl. Ja, und man kann uns dann wirklich viereinhalb Stunden live dabei zuhören. Wir machen auch ein Insta-Live dazu. Und ein Twitch-Stream. Ja, klar. Und da sind wir so in der Spitze bestimmt mit zwei bis drei tausend Zuschauern dabei. 200 bis 300 Millionen K. Zuschauern dabei. Ja, ja. Warte ab, warte ab. Okay, ja, cool. Du weißt nicht, was heute alles viral gehen kann. Ja, auch. Max, wir müssen ein bisschen Tempo machen. Ja, richtig. Wir müssen hier noch ein bisschen durchdeklinieren. Also, so sieht es jetzt gerade aus. SPD. Ich wollte gerade sagen, was kann noch Speich... Da wollte ich dir den Übergang noch machen. Ja. Wer kann der Stock in den Speichen sein? So, und du hast gesagt, man wartet, dass jemand kommt. Und wer könnte es sein? Und eigentlich hat es diese Woche, äh, überraschenderweise eine Person bei der CDU geschafft. Und das ist eigentlich die Frau, die an der Spitze des Landes steht. Angela Merkel und das Kanzleramt. Die haben irgendwie, gewollt oder ungewollterweise, klare Positionen zu Corona-Regeln in Bus und Bahn, ja, in den Raum gestellt. Ja. Und da gibt es so ein bisschen Zwiespalt und Zwist in der Partei. Also, Angela Merkel scheint aktiven Wahlkampf gegen Armin Laschet und die CDU zu betreiben. Ja, und da gab es eine tolle Forderung auf Bild.de. Ja, man hätte schon gedacht, so, da ist doch ein Mann, der untergetaucht ist, man weiß nicht. Und deswegen wird er jetzt über, ähm, über die Bild-Zeitung angesprochen. Und da wird nämlich gesagt, 3G abschaffen, Herr Scheuer. Ja, Andi Scheuer. Er muss auch nochmal ran. Er war wahrscheinlich auch selber erschrocken. Also, ich, ich, ich habe mich auch gerade gefragt, Andi Scheuer, so lange nichts von ihm gehört, war er auch auf, wie hast du gesagt, Manuatu, äh, Manuatu, ja, Manuatu, ich denke, es wird so ausgesprochen, Manuatu. Aber es fängt mit V an, aber egal. Ja, da war er auf jeden Fall. Da war er zusammen halt mit den drei anderen Abtrünnigen. Die haben einfach gesagt, ja, komm, da packen wir mal die ganzen Problemfälle. Ja, sieh hin. Ja, wirklich, Herr Scheuer, stoppen Sie 3G. Das ist der Kommentar. Naja. Ja, wobei ich ja auch fairerweise sagen muss, ne, ich bin ja vergangenes Wochenende mit dem Zug zu dir gefahren, äh, in dein neues Headquarter. Ja. Und war so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich ja auch gedacht habe, naja, einerseits, wenn du irgendwie abends in, weiß ich nicht, in eine Bar oder so gehst, ja, dann musst du natürlich hier deinen Impfausweis oder PCR-Test und so weiter und so fort zeigen. Und in Zügen sitzt du de facto näher an den Leuten dran und weißt halt, weißt halt gar nichts. So, ja, also, das hat jetzt so weit, so gut irgendwie funktioniert die letzten anderthalb Jahre, funktioniert oder hat nicht funktioniert. So, und jetzt gibt es halt die Forderung, okay, da sollen jetzt auch noch geimpft, getestet, genesen, ja, in diesen Zügen fahren, wie das Ganze getestet werden soll und logistisch ablaufen soll, keine Ahnung, weiß man nicht. Also, ich nehme an, das ist jetzt gerade, nee, ich glaube, erst mal die Forderung, die kommt aus dem Kanzleramt und dann hat man gesagt, ja, umsetzen, das kann natürlich unser Herr Verkehrsminister. Deswegen liegt diese Anfrage jetzt brühwarm auf dem Schreibtisch von Andi Scheuer. Genau, also, neben, neben der Forderung von BILD zu sagen, bitte verhindern. Ja, und Andi, und vielleicht sagt er, hör mal, ich bin hier kurz vorm Durchbruch, wir hatten das Thema, selbstfahrende Autos, autonomes Fahren, Leute, ich bin hier kurz davor, den Da Vinci-Code, das autonome Fahren zu knacken, deswegen ist es auch so still um ihn geworden. Ja, und da brauchen wir überhaupt nicht mehr testen, impfen, was auch immer, ja, da scheiße ich auf die 3G, da ist er auf Level 6G schon unterwegs und fliegt mit 12G aus der Bahn in Seiden. Weißt du, hier die G-Kräfte, verstehst du? Ich habe, ich habe es vollkommen verstanden, also, genau, Andi Scheuer hat nochmal die Enigma-Maschine angeschmissen, um den Code zu knacken, vielleicht auch für die Maut, man weiß es nicht genau. Dann löst er alles in einem, das 3G-Thema, das Maut-Thema und das autonome Fahren, das speist er alles in einem ab, mit dem, weiß ich nicht, dem Supergesetz. Ja, es gibt ja auch wirklich Leute, die haben sich dann so an einem Thema festgebissen und wollen halt nicht davon ab und die arbeiten, obwohl das eigentlich für alle schon abgeschlossen ist, immer weiter daran, um allen nochmal zu zeigen, ich hatte doch recht. Und deswegen glaube ich ja, dass Andi Scheuer mit seinem Team, ja, weiterhin eigentlich voll fokussiert ist auf die Maut, ja, und ich glaube auch, was da lanciert wurde zu dem ganzen Thema selbstfahrende und fliegende Autos, fahren die eigentlich nur oder fliegen die auch? Ja, alles, das kann alles. Ja, in dem Zusammenhang nochmal liebe Grüße an Doro Bär und Team, ja, wir sind ja jetzt auch connected auf Instagram, habe ich gesehen. Ja, sie ist, sie ist, sie ist, ich glaube sie ist Fan. Also ich habe es so verstanden, dass sie Fan ist, persönlich. Also wir laden mal alle, alle, alle Promis, die uns irgendwann mal ein Like da gelassen haben, die laden wir alle mal irgendwann auf die Zeitgeist und wunderliche Fairnessage ein, ja, da stellst du das neue Buch von dir vor. Ja. Ich darf als DJ auflegen, das ist ja mein großer Traum nochmal aufzulegen, mit meiner Playlist, die jetzt hier in den Startlöchern ist, die immer, die so reift wie so ein guter Wein und dann stehen dann da Doro Bär und dann sehen wir dann Doro Bär und Benjamin von Stuttgart-Barre bei so einem pfiffigen Disco-Fox über den, über den Parkettboden des Festhauses, ähm, in Betzdorf, ja, wie heißt der, der Betzdorfer Krug, irgendwie durch den, In der Linde, in der Linde, in Betzdorf, ja, die beiden schieben eine pfiffige und eine flotte Disco-Fox-Nummer aufs Parkett, das fände ich schön. Ja, ich finde das auch großartig. In der Mitte Deutschlands sozusagen. Ja, in der leicht versetzten Mitte Deutschlands. Ja, aber so ist es ja, das ist ja auch, die Pole sind ja auch ein bisschen schief, so, weißt du, so und so ist das. Ja. Der gelebte Mittelpunkt Deutschlands. Ja, 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 absolut, also das habe ich über Betzdorf auch schon oft gehört. Ja, ich freue mich drauf, ähm, wir schicken demnächst dann auch mal die Save-the-Date-Card raus, ne, wie man das ja irgendwie so macht bei so großen Festen. Ja. Also das gerade, großes Thema in der CDU, 3G in Zügen, einer hat sich dazu aber ganz lautstark jetzt zu Wort gemeldet und hat gesagt. Ich schicke lieber WiFi in Zügen, aber wäre auch schön, also sag ich mal, funktionierendes WiFi. Ja, also 3G, wir wollen 3G in Zügen, aber auf allen Ebenen, auch was die Mobilverbindung angeht. Ich bin ja am Freitag, also ich bin ja gestern, heute, wir nehmen am Samstag auf, ich bin am Freitag von Münster nach Paderborn mit dem Zug gefahren und ja, wie gesagt, auch da wieder, es war viel, es war viel wenig Balken da auf dem Handy. Ja. Also, ähm, wenn, wenn man da mal für so drei Minuten Edge hatte, da war man schon schwer gut unterwegs. Da freut man sich, ne. Also deswegen 3G in allen Zügen, ich fordere auch, 3G in allen Zügen. Mindestens genauso gutes Netz wie in Rumänien. Ja, ich würde, ja, den Vergleich würde ich nicht machen wollen, denn ich denke, das Netz in Rumänien ist deutlich besser. Ja, davon gehe ich ehrlich gesagt auch aus. Ja. Ähm, ja, also, aber einer, das wollte ich jetzt noch sagen, der hat sich ganz lautstark jetzt zu Wort gemeldet, ein alter Bekannter, ja, ein alter Bekanter, insbesondere dieses Podcasts, Friedrich Merz, ja, die Älteren werden sich noch erinnern, er ist noch da. Aber für ihn persönlich, ja, diese Bundestagswahl ja auch, also wirklich so richtig die letzte Chance, also in so einer Reihe von vielen letzten Chancen ist, glaube ich, das so endgültig die letzte Chance. Also irgendwas noch politisch zu erreichen, weil man muss sich ja vorstellen, er würde ja jetzt irgendwie wahrscheinlich ins Kabinett gehievt, ähm, und er positioniert sich aber jetzt ganz klar dagegen, weil er sagt, das ist ja jetzt hier gar nicht der Bürgerwille, dass jetzt da auch noch 3G in Zügen herrscht. Deswegen sagt er, lebensfremd ist das Konzept, lebensfremd. Und da ist natürlich jetzt die Frage, äh, big shot, good move, oder trotzdem, oder doch irgendwie wieder an der Zielgruppe vorbei. Was sagst du? Was will er nochmal genau? Er sagt, ist Quatsch, dieses 3G-Konzept in Zügen, er sagt, es sei lebensfremd, was da Angela Merkel und das Kanzleramt wolle. Ja, ja, nicht so ein lebensnaher Mensch wie er, der sagt, mit zwei Hubschraubern, äh, das ist Sabine nicht der Mittelstand. Er ist ja. Wenn einer aus dem Mittelstand, also wenn einer. Er hat gesagt, gehobener Mittelstand. Stimmt. Also, wenn jemand lebensnah ist, dann sind das Menschen aus dem gehobenen Mittelstand aus dem Sauerland. Ähm, und er hat ja übrigens auch gesagt, auch sehr lebensnah, ähm, für ihn ja Homo-Ehe, okay, ja. Solange zwischen Mann und Frau. Genau. Und, und, pass auf, und solange sie kleine Kinder in Ruhe lassen. Ist ein Zitat von ihm, ja, ist ein Zitat von ihm. Also wirklich, der Mann ist auf gar keinen Fall lebensfremd, muss man nochmal sagen. Also ich merke schon, ähm, ja, ich weiß nicht, also irgendwie. Es bringt dich nicht so ganz in die Emotionalität. Ja, vor allen Dingen, ich finde es interessant, dass er so, ähm, also was da gerade irgendwie in der CDU passiert. Das ist ja wirklich eigentlich, selbst das, also, sie haben ja in den letzten Jahren, in den letzten 60 Jahren, hat ja die CDU der SPD an Inhalten fast alles genommen. Und das Einzige, was die SPD noch hatte, war der innerparteiliche, also die innerparteilichen Zerwürfnisse und Abspaltung und Quertreiber, die sie hatten, ja. Und das nimmt ihr die CDU jetzt auch noch. Also, darum hat ja eigentlich die Union, ne, wie der Name es schon sagt, geglänzt. Die Union. Es ist ja ein, es geht ja ein Graben, mehrere Gräben durch die CDU. Ja, da ist ein, so ein Stimmungsmacher wie das Lager um März. Dann ist da ja noch der Söder in Bayern. Dann ist da, wie gesagt, irgendwo die Riege um Angela Merkel, ja. Und ich glaube, und dann gibt es noch den sexy Bitches Club mit Norbert Röttgen. Ja. Ja, ich glaube, die haben so einen VIP-Bereich in so einem Club mit so großen Wodkaflaschen auf Ibiza. Ja, so. Und sehen sexy gebräunt aus. Ja, wirklich. Und dann gibt es ja da noch irgendwo, allein auf Weiterflur, rennt dann da irgendwie Armin Laschet rum. Ja, der ist wirklich der ganz Alleingelassene. Was hat die Bild-Zeitung gemacht? Die Bild-Zeitung hat, glaube ich, ein Bild, was die, jetzt kommt's, ich glaube, es war Bild oder Postillon. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wer von beiden. Aber wir haben noch über Armin Laschet gesprochen mit dem Haken Porsche, der aussieht wie so ein kleines Omachen. Und ihn haben sie dann so in einer Montage auf den Look von Angela Merkel gemacht. Und es hat hundertprozentig wunderbar gepasst. Also, sie haben das umgesetzt. Ja, Armin Laschet, er sah toll aus. Als, sag ich's mal so, Anfang 70, mit 70-jähriges Oma-Lein aus dem Ruhrgebiet, ja, die man so aus Wanne-Eickel kennt. Ja, die so irgendwie zum Marktkauf geht. Ja, so sah er wirklich aus. Also, es hat perfekt gepasst. Ja, ja, er hat wirklich unglaublich was Oma-Haftes. Und wie gesagt, sie haben es optisch umgesetzt, was wir letzte Woche besprochen haben. Ja, übrigens auch. Großes Dank. Ganz kurzes Sidenote noch dazu. Ich war gestern unterwegs, ja, hier kleine Runde laufen in Düdo und bin vorbeigelaufen am Landtag. Und für die, die es vielleicht nicht wissen, gerade wird groß zelebriert, 75 Jahre NRW. Ja, und da gibt's gerade große Feierlichkeiten, die in Düsseldorf dazu stattfinden. Also, unter anderem vor hier dem Landtag, ja, war irgendwie ein großer Abendempfang, dann irgendwie verschiedene Gebäude da um den Landtag drumherum. Da gibt's eine große Ausstellung, da gibt's Reden, da gibt's Festivitäten à la couleur. Und da hat aber dann auch stattgefunden gestern eine Anti-Armin-Laschet-Demonstration. Und ich bin da nur so da vorbeigelaufen und hab mir das immer ganz kurz angeschaut, weil das war schon sehr spannend. Weil vor allem, also da waren dann viele Reden, irgendwie die Grünen waren da und irgendwie, weiß nicht, Grüne, Linke und so weiter und so fort. Und dann gab es eben auch verschiedene Armin-Laschet-Visualisierungen, beziehungsweise so große, riesige, riesenhafte Armin-Laschet-Luftballons, die einen in Form von so einer Art Matruschka. Hast du gedacht, in Wirklichkeit war es wirklich Armin-Laschet? Armin-Laschet ist eigentlich nur ein mit zu wenig Luft gefüllteren Luftballon von sich selbst. Also ja, möglicherweise ja, aber das war schon sehr kugelförmig. Also es war schon, also wie gesagt, es gab dann mehrere solcher, das eine war so eine Art Matruschka und das andere war wirklich auch so eine Art Aachener Printe. Also genau so, wie wir es auch wieder... Wie er halt ist. Also wie wir es prophezeit hatten. Also ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind zeitgeistiger, als wir selbst dachten. Ja, wirklich. Wir droppen so ein Thema einen Tag selbst, sehe ich das Ganze quasi in Realität umgesetzt. Ja, wirklich, das ist toll. Ja, also Armin-Laschet, muss man schon sagen, er hat es jetzt nicht ganz leicht dieser Tage. Er kriegt es wirklich von links, er kriegt es von rechts. Aber diese Woche speziell, hat man ihn irgendwo gesehen oder gehört? Weiß ich nicht. Vermutlich irgendwo auf Wahlkampftour. Vermutlich irgendwo auf Wahlkampftour. Vielleicht lassen wir doch mal unseren guten Draht nach Xanten spielen. Ja. Hier an die Wählergemeinschaft. Vielleicht wurde er da gesichtet. Ja. What does the fox say, ist das Motto. Aber apropos, es ist diese Woche etwas ruhig geworden um, wir kommen zu den Grünen, würde ich sagen. Weil da habe ich fast das Gefühl, nachdem das jetzt so wunderbar... Machen die noch mit oder haben die gesagt, wir sind raus? Ich sage mal, am Anfang, nach der Nominierung von Annalena Baerbock, da war man ja laut. Ja, man hat sich irgendwie viel positioniert. Maul aufgerissen, einen draufgekriegt, gesagt, lieber hinsetzen und Schnauze halten. Ich glaube, und jetzt sieht man, wie erfolgreich das bei Olaf Scholz funktioniert hat. Einfach gar nichts zu sagen. Er bringt scheinbar in Deutschland die meisten Punkte. Das ist irgendwie der deutschen Mentalität auch irgendwo am nächsten. Ja. Ja, und ich glaube, da übt man sich gerade bei den Grünen darin, oder? Glaube ich auch, glaube ich auch. Ja, das ist wirklich, also sie machen wenig. Man hält sich bedeckt. Das Gleiche könnte man jetzt auch sagen über Chrissy Lindner. Ja, wobei, weiß ich gar nicht. Ich glaube, er ist, also, ich glaube, er ist schon auch Dauergast bei BILD TV, beziehungsweise bei BILD Live, oder? Ja, gut, gut, gut. Ja, also... Also, wenn nicht er da ist, dann zumindest sein alter Ego Wolfgang Kubicki. Ja, lass den Mann mal, lass den Kubicki mal machen. Ähm, übrigens ist mir da in dem Zusammenhang noch eine Sache eingefallen, ne? Weil so, weil du gerade nochmal gesagt hattest, ähm, also Leute, die aus der Versenkung kommen konnten und nochmal irgendwie Stimmung machen könnten, ähm, und die letzte Chance, hattest du ja auch gesagt, ist bei Fredi Merz. Ja, irgendwo da. Und in dem Zusammenhang habe ich gedacht, wer könnte denn nochmal so bei der SPD irgendwie auch so aus der Versenkung auftauchen, einfach nur so als Surprise. Weder im Negativen noch im Positiven. Und weißt du, wer mir da eingefallen ist? Ähm, ich weiß nicht. Unser lieber Mann, Oskar Lafontaine aus dem Saarland. Nee, nee, nee. Also, wäre ja auch gar nicht mehr wirklich SPD, aber wäre trotzdem irgendwie ein merkwürdiger Move, wenn der, stell dir mal vor, Lafontaine tritt wieder in SPD ein, um dann die Partei von innen zu zerstören. Ich weiß es nicht, möglicherweise. Nee, wer, wer kann es sein? Ja, sag nochmal einen, sag nochmal einen. Also, Lafontaine, sagst du, ist es nicht? Nee. Äh, 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 wen hatten wir denn noch so in der SPD? Ja, er ist der Vorsitzende des Deutschen Fahrradverbundes, glaube ich. Fahrer? Äh, nein, Präsident des Bundes Deutscher Radfahrer. Ähm... Ich gebe dir noch einen zweiten Tipp. Aber war das derjenige, der bei Olympia diesen Kameltreiber-Satz geprägt hat? Weiß ich nicht. Ich sage noch einen zweiten. Er ist Miteigentümer der Konkursmasse der österreichischen Teakholz International. Jetzt müsste es sogar langsam aufkommen. Also entschuldige bitte. Noch ein dritter Hint. Er hat das Projekt Herkules angestoßen. Es war die Restrukturierung der gesamten Telekommunikationsstruktur der gesamten Bundeswehr. Ah ja, ich komme nicht drauf. Bei dem Fahrrad hättest du eigentlich drauf kommen müssen. Wer ist denn bekannt für das Fahrrad? Wolfgang Klement. Wolfgang. Rudolf Scharping. Natürlich. Den bräuchten wir eigentlich nochmal. Weißt du warum? Warum? Er müsste nochmal wiederkommen und den bräuchten wir, weil für mich ist Rudolf Scharping... Wolfgang Klement. Ah stimmt, Wolfgang Klement lebt auch gar nicht mehr übrigens, ne? Ne. Man wird sich noch erinnern. Okay. Scharping. Rudolf Scharping. Ja, was macht der denn überhaupt? Lange nicht gehört. Ja, er ist Präsident des Bundesdeutscher Radfahrer. Und eben Miteigentümer der Insolvenzmasse der Teakholz International. Ich finde es übrigens interessant, weil ich habe einfach gerade nachgeschaut, wie alt Rudolf Scharping ist. Und Rudolf Scharping ist 73, ja? Was ja irgendwie heutzutage gar nicht so super alt ist. Nö. Aber so, wenn du mich jetzt gefragt hättest, wie alt ist Rudolf Scharping? Ich hätte den halt mindestens 10, 15 Jahre älter geschätzt. Wirklich? Ich hätte ihn 10, 15 Jahre jünger geschätzt. Ja, wirklich? Also so unterschiedlich. Aber du hast ihn wahrscheinlich als so sportiven Typ mit seinem Fahrrad abgespeichert, ne? Voll. Ja, genau. Das ist so eingebrannt. Aber was wollte ich noch dazu sagen? Warum Rudolf Scharping für mich Topmann wäre, jetzt nochmal in der SPD was zu machen. Weil wenn alles so läuft, dann stellt die SPD vielleicht ja auch den Außenminister. Und das wäre für mich jetzt nochmal so, Elder Statesman, Rudolf Scharping, vor allen Dingen aus dem Hintergrund, er kann vielleicht China bändigen. Denn Scharping und Xi Jinping sind sich ja gar nicht so weit voneinander entfernt. Und da hat er schon die erste Brücke sozusagen gebaut. Immer so, weißt du, bei jedem Treffen erstmal 10 Minuten Witz über den Namen. Ja, und da hat man so eine Humorebene gemeinsam gefunden. Er so, ich, Scharping, du, Xi Jinping, weißt du? Ping, ping. Und alle lachen. Ja, und alle lachen. Hier, ping, ping. Und dann nochmal, und 10 Minuten wird immer wieder dieser Witz aufgewärmt. Ja, genau. Also das ist der Eisbreaker, es ist der sogenannte Dosenöffner. Es ist der sogenannte Dosenöffner. Und deswegen fordere ich jetzt nochmal kurz, jetzt nochmal so die finale Rakete zünden. So wie du gesagt hast, die Lachgaseinspritzung im Wahlkampf-Endspurt. Rudolf Scharping, bring him back. Ja, Olaf Scholz, wir fordern, bring Rudy back. Ja, wirklich. Und gemeint ist hier Rudy Scharping. Ja, du musst es anders betonen. Scharping. Ich habe, bevor wir vielleicht ganz kurz diesen Wahlkampfteil uprappen, habe ich eine unbedingte Empfehlung auszusprechen. Und zwar, sollte man sich dringend mal anschauen, ich bin zufällig darauf gestoßen, ein Relikt auf YouTube zu sehen. Es heißt, ich glaube, der heiße Stuhl. Kennst du zufälligerweise die Show Der heiße Stuhl? Das war irgendwie in den 90ern so eine RTL-Show und es ist so völlig aus der Zeit gefallen. Das ist ein Video von 1992 und in dieser Show eingeladen ist Angela Merkel. Angela Merkel sitzt also auf dem heißen Stuhl. Und ihr gegenüber... Zur gleichen Zeit war Gerhard Schröder bei Tutti Frutti. Und zwar als Moderator. Der Gerhard Schröder, das ist ein alter Busengrapscher. Ja, sehr schön. Sie, dort zu Gast, sieht übrigens, das muss man wirklich mal sagen, also sie damals, glaube ich, 37 oder 38, also wie sie da aussieht, Wahnsinn. Also fresh und, also man muss wirklich sagen, geradezu gut aussehend. Ja, sie, also damals auf dem heißen Stuhl, ihr gegenüber, und das ist auch so richtig 90er-Jahre-mäßig, eine, nicht Jury, sondern sozusagen ein Schiedsgericht, so eine Art Schiedsgericht von fünf Männern. Also Moderator, ein Mann, dann ihr gegenüber, diese fünf Männern, die dann... Die haben gesagt, die eine Frau, da ist schon fast zu viel, da explodiert der deutschen Fernsehgemeinde ja vielleicht der Kopf. Genau, und es wird diskutiert über das Thema Gewaltdarstellung im deutschen Fernsehen. Darum geht's. Und weißt du, wer... Und in welcher Rolle ist Angela Merkel denn da? Ja, sie sagt, es gibt einfach, also... Nein, in welcher Rolle ist sie da als... Sie ist Ministerin zu der Zeit, aber ich weiß nicht genau, was für eine Ministerin. Okay. Habe ich leider nicht nachgeschaut. Aber 1992, kann man ja selbst vielleicht mal kurz recherchieren. Jedenfalls in dieser Jury oder Diskutantenkreis sind dann irgendwie Leute aus dem Film- und Fernsehbereich. Unter anderem Christoph Schlingensief, der kurz davor seinen Kettensägen-Massaker-Film rausgebracht hat. Ja. Dann ist das einfach nur großartig. Einfach so Christoph Schlingensief auf der einen Seite und auf der anderen Seite Angela Merkel. Und es ist wirklich so, es kommt einem vor, als sei das so 50 Jahre her. Also es ist 90er Jahre, wirkt aber wie 70er oder so. Also muss man sich unbedingt mal anschauen, der heiße Stuhl mit Angela Merkel von 1992. Ja, unbedingt, gucke ich mir an. Und soll ich dir sagen, von 1991 bis 1994 war Angela Merkel Bundesministerin für Frauen und Jugend. Ja, siehst du, und da geht es halt in dem Fall wirklich um Jugend. Überleg mal, die ist 1990 in die CDU eingetreten. Gut, vorher ging ja auch nicht. Vorher war schwierig, ja. Vorher war schwierig. Aber sie ist dann einfach bei der ersten Bundestagswahl, hat sie 48,5 Prozent der Stimmen geholt. Und ist dann direkt, Helmut Kohl, also dass sie ihm so nahe stand, also dass er direkt halt für Frauen und Jugendliche, zu dem Zeitpunkt. Sie direkt ins Kabinett geholt hat? Ja. Ja, ja. Und Kohl hatte relativ viele Frauen. Ja, er hatte auch generell, glaube ich, viele Frauen. Also kann man, ich glaube, die Aussage kann man genau so stehen lassen. Guck mal, das Bundesministerium für Jugend, Familie und Frauen, lese ich hier gerade, wurde dreigeteilt. Einmal Bundesministerium für Gesundheit, das hat dann Gerda Hasselfeld gemacht. Das Bundesministerium für Familie und Senioren, Hannelore Röntsch. Oder Röntsch. Und das Bundesministerium für Frauen und Jugend, Angela Merkel. Und dann, wie gesagt, mit, ja dann, 37 Jahren oder was hast du gesagt? Genau. Ja, ist sie direkt dann, nach der SED-Karriere, nein, Quatsch. Ja, aber wie gesagt, also große Empfehlungen, sollte man sich unbedingt mal anschauen. Und sie ist wirklich auch sehr, sehr eloquent in diesem Beitrag und weiß auf jeden Fall, da gut dagegen zu halten. Und Mars regelt auch den Moderator permanent. Also ich glaube, das war eine gute Schule. Ja, also sie Mars regelt den Moderator und alle anderen eigentlich. Also, das ist auch wirklich richtig amüsant. Also, ja, sollte man sich unbedingt mal anschauen. Also, so viel dazu. Max, wir haben noch in der Politik zwei Themen heute auf der Agenda. Unter anderem eins, da gehen wir über den großen Teich. Lange nichts von ihm gehört. Donald Trump. Ja. Die Älteren werden sich auch hier noch erinnern. Ja, er meldet sich doch ab und zu noch zu Wort. Ich gucke ja immer noch ab und zu die Late-Night-Shows der USA, so, um zu gucken, ob die von uns kopieren. Ja. Tun sie nicht, glücklicherweise. Aber in den USA. Du bist ja der Zeitgeist und wunderlich Plagiatsjäger. Bist du ja. Ja, 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 genau. Und tatsächlich, also, es ist ja so, es gibt ja so manche Stars, die waren dann mal so, die kamen, waren groß in Amerika, dann kamen sie über den großen Teich, waren hier populär. David Hasselhoff. Und dann war aber irgendwie die, was? David Hasselhoff. Ja, aber der ist ja immer noch bekannt und dann gibt es ja so Leute, die waren mal hier und waren dann wieder weg und dann Tony Braxton zum Beispiel, immer noch in Amerika irgendwie unterwegs. Cisco, ja, in Amerika jetzt auch keine so große Nummer mehr. Wer ist denn nochmal Cisco? Der mit dem Thong Song. Ah, der Fong Song. Also, ich kenne ehrlich gesagt, ich kenne nicht mehr Cisco, ich kenne höchstens noch Brisco und zwar Brisco Schneider. Ja, und ich kenne nur Cisco Systems. Ja, Softwareanbieter aus den 90ern. Ja, oder auch zum Beispiel Shania Twain. Ah ja, okay. Ja, solche Leute, die dann da immer noch unterwegs sind. Und so ist irgendwie jetzt gerade Donald Trump, ne? Big Hit in the USA, wir exportieren ihn eher auf der ganz großen Weltbühne, jetzt wieder nur eher so ein Local Hero. Und das auch nicht mehr in den ganzen USA, sondern vielleicht eher nur noch so Florida only. Auf jeden Fall, ja, genau, du hast, also er ist da noch so ein bisschen präsent, jetzt hast du aber ein Thema nochmal gefunden, er ist nochmal so auf indirekte Weise in den Medien. Ja, weil eigentlich, das ist so der Treppenwitz des Jahres, finde ich, weil nicht nur hierzulande hat es ja irgendwie Starkregen gegeben, sondern eben auch in den USA an der Grenze zu Mexiko, wo ja Donald Trump sein epochales Projekt vorangetrieben hatte, nämlich den Mauerbau, den Mauerbau zu Mexiko. The Great Wall, ja. The Great Wall. Und da ist es jetzt so, da gab es halt so einen starken Starkregen, dass halt Teile dieser Mauer einfach eingestürzt sind. Quasi die Mauer, also kurz nachdem die Präsidentschaft von Donald Trump endete, ist die Mauer einfach nur noch so eine Art Lost Place. Ja, und vor allem auch schön, er ist ja auch aus dem Pariser Klimaabkommen ausgetreten, ne? Ja, genau. So, und eigentlich dann ist ja auch, zumindest das wurde ja jetzt auch nochmal mehrfach irgendwie bestätigt, dass diese Klimaextreme schon menschengemacht sind. Also er tritt aus, will eine Mauer bauen und jetzt durch halt Starkregen, die durch Menschen halt mit beeinflusst sind, wird jetzt seine Mauer wieder zerstört. Ja, das hat er irgendwie nicht zu Ende gedacht, ne? Ne, das hat er nicht ganz zu Ende gedacht. Wenn sie seine Politik selbst in den Arsch schmeißt. Das ist wirklich, das ist so ein starkes Bild einfach nur. Das ist wirklich so ein starkes Bild, nur um nochmal zu zeigen, so, übrigens Donald, so war es, ne? Also, hier, please. Ja, please, have a look. Ja, terrible, auf jeden Fall. Naja, ähm. Aber wie gesagt, ganz liebe Grüße auch nochmal an den Donald. Äh, wo immer er sich auch gerade aufhält. Also, wir sehen ja auch immer wieder regelmäßig, wir haben viele Hörer in den USA und wir gehen jetzt einfach mal fest davon aus, durch die vielen, ähm, Inhalte, die wir ja über ihn hatten, er ist irgendwann auch treuer Hörer geworden. Gehen wir jetzt davon aus, also hier, many greetings to you, Donald. Ja. Machen wir den Sack zu. Wir machen den Sack zu, äh, was die Politik angeht. Nächste Woche dann wirklich Wahl-O-Maten, bis der Arzt kommt. Ja. Aber dann machen wir vielleicht nur eigene Kategorie, ne? Ja. Wirklich. Machen wir eine Kategorie und, äh, das, was rauskommt, dann muss von der kompletten Community so eins zu eins gewählt werden. Ja. Also, ihr habt vorher Möglichkeiten, eure Fragen einzureichen an den Wahl-O-Maten. Ja, genau. Wir, wir befragen den dann für euch. Ja. Und das, was dann rauskommt, muss von allen genauso gewählt werden. Und wenn es halt, wenn es halt die Tierschutzpartei ist, dann ist es halt die Tierschutzpartei. Wollte ich gerade sagen, dann ist das so, dann müssen wir da alle jetzt mal ran, ne? Und dann wird einfach die Tierschutzpartei, und dann wird einfach irgendwie das Bundeskanzler- oder Kanzlerinnenamt, wird dann einfach übernommen von irgendwie so einem Wellensittich. Das waren die schönsten Jahre unserer Republik. Von Knut dem Eisbett im Zweiten. Ja, ja. Oder noch besser. Und genau, nee, das wäre gut, wenn das von der Orakelkrake, so, wir verfallen in so ein Kult und werden von so einer Orakelkrake. Und fragen die einfach immer nur, und dann muss sie halt irgendwie Orakeln, was da rauskommt. Und das ist dann die neue BRD. BRD 2.0. Das ist wirklich so ein bisschen wie bei Futurama. Paul der Krake, dem Personenkult verfallen. Paul, die Orakelkrake befiehlt, kollektiver Selbstmord. Ja, du, das Orakel hat bestimmt. Da müssen wir jetzt alle, ja, löst viele Probleme, ne? Ja, löst viele Probleme, also, wie gesagt, auch dieses ganze Thema, so, Selbstbestimmung und eine Selbstverwirklichung und so. Zu anstrengend auch, zu anstrengend. Ich will Netflix gucken. Ja, genau. Ich will da auch nicht mehr so viel mich. Netflix und Paul der Krake huldigen. So, mag ich, ich fahre jetzt endlich den Jingle ab. Wir wollen in die Panorama-Zeit jetzt rein. Ja, in die Panorama-Zeit. Ab dafür. Ja, und da sind wir. Achso, ja, ich wollte gerade sagen, schön, dass du immer Panorama-Zeit sagst. Ja, es ist mein persönliches Mash-up und das ist auch mein Kultname für unsere Panorama-Kategorie. Ja, und wir sind da und wir haben da wirklich auch coole Themen mitgebracht. Wir fangen mal mit dem. Ja, wirklich coole Themen. Ist stabil auf jeden Fall, ist stabil. Akkurat. Akkurat, ja, Mittwoch. Ich hab's, also ich hab wirklich auch nochmal kritisch geprüft, in meinem Umfeld, was ich so höre und ich muss wirklich sagen, in meinem Umfeld finden die Wörter, die da präsentiert worden sind, als Anwärter auf das Jugendwort des Jahres, nicht wirklich statt. Gar nicht. Gar nicht. Das Einzige, was ich wirklich mal gehört hab, war Same, aber es war auch schon so eine mittelmäßige Entgleisung. Die Person hat sich danach selbst geohrfeigt und ist nach Hause gegangen, hat man jetzt eine Woche nicht mehr gesehen, hat sich bei allen entschuldigt und ist weggezogen. Wir vermuten mittlerweile, die Person hat sich Paul der Krake selbst geopfert. War die Übersprungshandlung? Ja, schön, wollte nochmal so ein hippen Ding und dann also, nein, nein, sorry Leute, sorry, tut mir leid, tut mir leid, wir sehen uns nächste Woche wieder, komm, da blicken wir drüber hinweg. Nee. Jetzt erstmal in die Kirche. Ja, richtig. Also, finden nicht statt, diese Wörter des Jahres, aber dafür… Liegt vielleicht daran, weil es das Jugendwort des Jahres ist. Und man da wirklich, während man vielleicht noch vor ein, zwei Jahren gedacht hätte, ich glaube aber auch da war Corona ein Brennglas und ein Brandbeschleuniger und hat uns in kürzester Zeit sehr weit weg von der Jugend katapultiert. Genau, also gerade war ich noch mit 20er, gefühlt zumindest, jetzt bin ich auf jeden Fall mit 50er. Ja, ja. Und das alles in zwei Jahren. Also, wirklich Wahnsinn. Ja, wirklich. Ich ziehe mir hier gerade nochmal den Polunder zurecht und möchte darauf hinweisen, also… Wir kommen vielleicht wirklich jetzt mal in unsere Jugend. Ja, wir kommen wirklich in unsere Jugend. So ist es. Kindheit kann man sagen. Da darf man doch sagen Kindheit. Eine der ersten CDs, die ich hatte und wirklich Offenbarung und ich weiß noch, mein Freund Lukas hatte sie zuerst und ich habe sie ihm nachgekauft, weil ich sowieso Eye-Opening fand, weil ich sie toll fand. Es war eine musikalische Offenbarung. Die Platte Nirvana Nevermind, ja, mit einem absolut ikonischen Cover vorne drauf, ein kleines Baby, das irgendwie in einem Pool schwimmt und schwimmt einem Dollarschein hinterher. Ja. Das ist das Cover. So. Und da hat sich jetzt diese Woche die Person, die da eben als kleines Baby abgebildet ist, zu Wort gemeldet und hat gesagt… Jetzt muss man aber sagen, das hast du dir gekauft, das kann ja nicht sein. Dass ich mir das gekauft habe? Achso, du hast es dir gekauft, es war eines der ersten Alben, aber das muss ja schon wahrscheinlich… Nee, auch in den 90er Jahren oder späteren 90er Jahren gab es diese CD noch zu kaufen. Wollte ich gerade sagen, es muss ja schon fast zehn Jahre nach Veröffentlichung des Albums gelöst werden. Ja, absolut. Ich habe mir jetzt nicht die CD… Ich habe mir die jetzt nicht… Mit drei gekauft. Weil die kam ja 91 raus. Ja, dann hätte ich sie mir mit drei Jahren kaufen müssen. Also ich war früh musikalisch sehr versiert, aber das war eher so die Zeit, als ich den Plattenspieler meiner Eltern zerstört habe, so mit drei. Ja. Da war ich quasi im Mindset, war ich schon bei Nirvana angekommen, bei Nevermind allerdings noch nicht. Ja. Das stimmt. Da war dein Geister eigentlich noch im Nirvana, würde ich mal so sagen. Oder so, genau. Also jedenfalls, der Mensch, der da abgebildet ist, mir ist sein Name jetzt gerade entfallen. Ich sage es dir sofort, es ist… Ja, rede weiter, ich sage es dir gleich. Er hat sich jetzt zu Wort gemeldet und hat gesagt… Benzer Elden. Ja, Benzer Elden. Er hat sich jetzt zu Wort gemeldet und hat gesagt, das ist eigentlich ein Unding, dass ich jetzt hier über all die Jahre als nacktes Baby auf diesem Bild zu sehen war. Und außerdem, wie ich auch finanziell da gar nicht wirklich partizipiert habe. Ich glaube, er hat mal damals 200 Euro dafür bekommen. Ja, ich meine gut angelegt, über 30 Jahre, 200 Euro. In ETFs wären jetzt vielleicht auch 450.000. Aber anyways. Anyways. Jedenfalls, erstens abgespeist mit 200 Dollar. Und Kinderpornografie. Ja, weil er ist ja nackt darauf zu sehen, irgendwie ein sehr intimes Bild. Und da sagt er jetzt Schadensersatz. Ja. Und jetzt die Frage an dich, Max. Ist er damit vielleicht ein bisschen spät dran? Hätte er vielleicht einmal früher aus den Puschen kommen können? Oder kann man vielleicht auch sagen, vielleicht ist er jetzt irgendwie mit 30 Jahren erst soweit? We don't know. Also, ich sag mal so. Das ist ein Thema. Man hätte es ja, also, er hätte jetzt zu den verbliebenen Bandmembran gehen können. Und da sitzt ja auch ein Dave Grohl, der ja nach der Karriere mit Nirvana ja dann noch sehr erfolgreich auch mit den Foo Fighters war. Hätte gesagt, mein Leber, der hätte er sich ja an die Wänden können, sagen können, hallo über die Presseabteilung. Ich war da drauf. Ihr hattet mir damals gesagt, mein Schniedelwutz wird wegretuschiert. Man sieht ihn nicht. Ich, wie sieht es aus? Ich fand das nicht cool. Und irgendwie, könnt ihr das bitte machen? Im Zweifel. Wenn er keine Kohle hätte, könnte er ja auch sagen, hey Leute, könnte ich nochmal Kohle haben. Und dann könnte Dave Grohl sagen, pass auf, mein Freund. Hier, was weiß ich, hier ist eine Million, stört mich nicht, stört dich nicht, halt die Schnauze und verpiss dich. Warum das Ganze jetzt so medienwirksam und öffentlich gemacht wird, das wirft dann wiederum irgendwie auch kein so richtig sympathisches Licht auf den jungen Herren. Ich verstehe, dass es irgendwie, dass er vielleicht denkt, keiner wüsste, dass er das Baby da drauf ist eigentlich, oder? Wenn das niemandem sagen würde, wüsste es niemandem. Ja, hätte es nicht irgendwie vor Jahren schon eine Nirvana-Doku gegeben, in der er auch zu sehen war und sehr stolz gesagt hat, ah, ich bin übrigens der Typ da drauf. Ja, und ich glaube, ich bin übrigens das nackte Baby. So, wollte ich gerade sagen. Und ich glaube, es hat ihm mehr Ruhm gebracht, dieses Story. Und jetzt wirkt so ein bisschen Gold-Digger-mäßig, weil, ich sage mal auch, schlecht verhandelt von den Eltern, ne? Schlecht, wirklich, sehr schlecht verhandelt. Also, man muss sich ja auch immer fragen, dann so als Eltern, wie... Sollte man da nicht mal zuerst anklopfen und sagen, warum für 200 Dollar durften die Nacktbild von mir verwenden? Richtig, warum? Also, warum habt ihr überhaupt gesagt, wir finden es okay, wenn unser kleines Kind, unser kleines Baby irgendwie darauf nackt zu sehen ist? Das ist vielleicht so das Erste. Und das Zweite ist so, warum für 200 Dollar? So, ja, also schlecht verhandelt. Vielleicht, ich weiß nicht, gab es kein Vertragswerk? Wir wissen es nicht, ja? So, und jetzt kommt es irgendwie so rüber nach dem Motto, ja, ich habe ja da in der Doku schon mitgewirkt. Und dann hat sich danach bei mir ein pfiffiger Anwalt gemeldet und gesagt, sag mal, die 200 Dollar, die du da bekommen hast, ne? Das war ja eigentlich ein bisschen wenig. Ich meine, das sind ja alles reiche Leute. Da müsstest du ja eigentlich jetzt nochmal nachverhandeln. Ja. So wirkt es? Ja. Und ich sage mal so, sehr viel später nochmal nach Geld zu fragen, kommt irgendwie in den seltensten Fällen so richtig gut, oder? Ja. Also, und dann auf der anderen Seite könnte, also es ist so ein absolutes Nicht-Thema, ne? Und irgendwie auf der anderen Seite könnte natürlich, also, ist schon mal schlecht, aber dann könnte natürlich auch irgendwie jetzt Nirvana sagen, einfach so, pass auf, du bist ein echt asseliger Dude. Mhm. Also, die könnten, ich würde es ja jetzt so machen, also wenn ich jetzt an der Stelle von Dave Grohl und, ähm, wie heißt der, dem, äh? Danny DeVito, glaube ich, ne? Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Und, und, äh, so wäre, würde ich halt sagen, so, pass auf, hier ist One Million Dollars, die kriegst du von uns. Ich weiß nicht, er fordert, glaube ich, zwei Millionen oder so, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel er fordert. Oder, ich hätte einfach gesagt, so, pass auf, wenn du jetzt nicht das erste Mal in der Ecke, also, was auch immer du haben willst, wir geben dir einfach das Doppelte und schreiben dann einfach über dich, was du für ein, einfach irgendwie, ein Unsempathischer. Nee, er fordert von jedem der Angeklagten mindestens 150.000, also in Summe dann 300.000. Okay, und dann würde ich einfach sagen, so, hier ist eine Million und du bist echt ein richtig Kack-Dude. Und dann würde ich einfach sagen, so, wir, und dann nehmen wir das Baby komplett vom Cover runter und ändern das gesamte Cover. Und dann bist du halt einfach auch nicht mehr existent und kannst mal sagen, hey, ich bin halt das Baby auf dem Cover gewesen und jetzt halt nicht mehr. Aber ich habe mich da runtergeklagt. Ich habe mich da runtergeklagt, also eigentlich nicht, eigentlich wollte ich nur Geld, jetzt haben sie mich nicht runtergenommen und jetzt war ich halt mal das Baby, long story. Und dann ist er so, dann kannst du das in zehn Jahren erzählen und sagen, so, hey Nirvana und dann so, ey, ich war mal das Baby auf dem Cover. Und dann so, welches Baby? Ja, das ist noch so auf alten Sachen. Und dann, ja, wie ist denn das passiert? Ja, du, ich habe halt Geld gefordert. Also, das wäre so mein Judo-Move als Verwalter des Nachlass von Nirvana. Gefällt mir gut, weil bisher hatte er immer einen sehr guten Pitch auf jeder WG-Party. Er war ja immer der Typ, der sagen konnte, hey, ich weiß nicht, ob du es wusstest. Und damit nervt er die Leute wahrscheinlich schon übel. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber ich bin halt der Typ, der auf dem Nirvana, nee, pass auf, er fängt das ab. Er geht zur CD-Sammlung, er geht zur CD-Sammlung und steht dann so den Arm davor und so, ey, hörst du auch Nirvana geiles Album? Ja, ja, hier, ne? Ach, so ganz witzige Story, ja, ich höre das auch total, ich bin auch das, so, so halt, ne? Genau, ich bin übrigens ja auch das Baby. Ja, ganz witzig, ne? Und ganz komischer Zufall, ich bin auch der Typ, der auf Kinderschokolade vorne drauf ist. Ja, was passiert, lass mal. Dann kommt so ein richtig obese, so ein obese 40-Jähriger und sagt halt so, ey, die haben mich halt mit Kinderschokolade fett gemacht. Ich habe den Traum geglaubt. Und zwar für 200 Euro. Aber das wäre doch so, das wäre der Judo-Move, hier ist die Kohle und jetzt alles von weg. Das ist wirklich non-existent. Und du hast halt echt so, alles, was du dir irgendwie so als Reputation darum aufgebaut hast, ist halt auch weg. Und wenn du die Story dann noch erzählen willst, dann wird es irgendwie immer sehr kompliziert. Ja, und auch immer wirkst du halt so, ja, ich bin da nicht mehr drauf. Ja, what happened? Ja, so, hm, ja, ich habe halt gesagt, ich bin da fotografiert. Und dann ist so, dann werden die Leute schnell merken, so, ja, ich habe eine Million gekriegt, die ist aber jetzt leider aufgebraucht. Richtig, das ist so die nächste Frage. Ja, was macht er damit, der Kohle? Wie das ja so oft ist, ne, wenn Leute dann irgendwie zu schnell zufällig zu irgendwelchem Geld kommen, es ist auch sehr schnell wieder weg. Ja. Wie mit dem einen italienischen Dorf, du erinnerst dich. Ja. Vor allem steht er halt wieder, und das Interessante ist, ja, es ist jetzt, ich lese gerade, oder ich habe vor mir einen Spiegelartikel. Da sieht man ihn jetzt mit 30 Jahren vor diesem Freibad, wo das gemacht wurde, und hält halt wieder dieses Cover in der Hand. Also verbreitet er seine eigene Kinderpornografie. Ist er somit nicht auch Mittäter? Ja, es ist ein bisschen weird, oder? In der Verbreitung von Kinderpornografie. Weil er hält es ja in der Hand und zeigt es einem Medienmagazin. Ich habe selten Opfer von Kinderpornografie gesehen, die irgendwo in öffentlichen Artikeln ihre eigenen kinderpornografischen Werke ins Bild gehalten haben. Selten, ja. Also ich finde, es passt schlecht zusammen. Und ich finde es irgendwie auch komisch, dass Gareth Bale, seitdem er bei Real Madrid weg ist und so aussieht wie der Typ, sich so verändert hat. Ja, wirklich. I love it. Ja, wirklich. Klassico, Klassico, mehr davon. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ja. Genau. Also das war das eine, was wir auf jeden Fall besprechen wollten. Und dann haben wir... Ich würde sagen, wenn wir über optische Verwandlung sprechen, Gareth Bale nach Real Madrid ist jetzt Spencer Elton und verklagt mit Nirvana. Gibt es ja noch einen anderen Mann, der gerade... Richtig, aber pass auf, pass auf, bevor wir dazu kommen, das wäre eine Top-Überleitung. Oder nee, mach sie weiter. Sorry, komm, mach sie weiter. Wollte ich gerade sagen, wäre eine Top-Überleitung, wenn ich sie dir nicht gerade kaputt machen würde. Mach sie weiter, bitte, Entschuldigung. Vergiss, was ich gesagt habe. Also es gibt Transformations, ja, die einen haben die gemacht und jetzt gibt es halt die Transformation bei einem anderen Herrn. Und wir kennen ihn, wir lieben ihn, manche kennen ihn, wenige kennen ihn unter dem Namen Harald Glöckler. Vielen ist der eher bekannt als der Bling-Bling-Designer, wie die Bild-Zeitung beauftet. War mir so auch nicht bewusst. Oder irgendwie Tag24.ch oder so. War mir jetzt auch nicht so klar, dass ihn viel mehr Leute unter dem Bling-Bling-Designer kennen. Ja, kennst du Harald Glöckler? Nee, nee, Bling-Bling-Designer. Ach so, ja, sag das doch. Ah, na klar, der deutsche Bling-Bling-Designer, klar. Er hat, wie gesagt, er zieht ins Dschungelcamp ein. Ja, und das finde ich irgendwie schon ziemlich merkwürdig, dass er quasi am 28.8. schon sagen kann, dass er nächstes Jahr ins Dschungelcamp einzieht. Oder andere Frage. Er braucht die Kohle und die PR, ne? Ja, scheinbar. Er hat in anderthalb Jahren keine Mode verkauft. Aber ich finde quasi im August darauf hinzuweisen, dass man nächstes Jahr im Januar ins Dschungelcamp einzieht, das ist irgendwie so, weißt du, wie Türen aufhalten für Leute, die verdammt weit weg sind. Weißt du? Ja. Ja, aber jetzt hat er vielleicht auch einen Hintergrund. Denn er hat ja einen Plan. Wie lautet der Plan? Die Sexification, ja, das braucht. Und nämlich Harald Glöckler will fürs Dschungelcamp Brüste wie Barbies Ken. Ja, da muss man sacken lassen. Den muss man wirklich sacken lassen. Vor allem jetzt muss man auch dazu sagen, Harald Glöckler per se, ja, ist ja jetzt glaube ich nicht so der ganz sportliche Typ, oder? Habe ich ihn jetzt gerade falsch vor Augen. Ja, doch, der ist so, er sieht so ein bisschen, er sieht ein bisschen fett aus. Ja. Er hat aber auch, glaube ich, so Muskeln. Ich weiß nicht, ob die aufgespritzt sind. Nö, ich glaube, er ist so ziemlich durchtrainiert. Ist er echt? Ja, oder war aber jetzt langsam wirklich Schwerkraft. Ja, weil er so gebotoxt ist und so viel Unterspritzung hat. Sieht er halt einfach, als wenn dem so verfett das Gesicht zugebracht ist. Er hat so ein krass aufgeschwemmtes Gesicht und den Körper. Und das Ding ist, aber ich, ja, genau. Aber man kennt irgendwie immer nur so Bilder oberhalb seiner Schultern. Ich weiß gar nicht, wie du hast. Aber du musst dir die Sportvideos von ihm angucken. Okay. Die Sportvideos. Ja, und. Komischerweise, ich hätte einfach gedacht, der restliche Körper von ihm sieht aus wie der von Mooshammer. Aber so eine fette Kugel. Aber witzigerweise auf dem Präsentationsbild von dem Dschungelcamp, da hat Harald Glöckle noch so lange Haare. Und sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie die zugespitzte Persiflage eines Rudolf Mooshammers. Ja. Da haben sie nämlich eine ähnliche Frisur. Unser Moosy hatte ja auch so ein bisschen so eine tolle. Und die hat er irgendwie weitergeführt zu so einer Hochsteckfrisur. Ganz wild. Aber ganz toller Artikel. Wie gesagt, bei bluewind.ch. Da war es. Ja. Und da steht zum Beispiel, Harald Glöckler ist ein Segen für jeden Schönheitsdöckti. Das ist wohl das schweizerische Doktor. Sein Gesicht sieht aus, als ob das ganze Jahr fast nachfährt. Ich liebe diesen Artikel. Ihre Majestät Harald Glöckler, besser bekannt als Bling-Bling-Designer aus Deutschland, zieht 2020 ins RTL-Dschungelcamp. 2022. Hab ich das gesagt? 2022. Ja, ja. Aber vorher will er eine Generalüberholung, inklusive neuer Brüste. Und da geht es aber nicht um Frauenbrüste, sondern um die sogenannten… Barbies Can. Barbies Can. Ja, sozusagen die Packs. Ja, er will richtig flexen können im Dschungelcamp. Sein Ziel, aussehen wie bei einem Autounfall. So steht es im Artikel. So steht es im Artikel. Aussehen wie bei einem Autounfall? Ich weiß nicht. Aber in den seltenen Fällen sieht man das so richtig geil aus, oder? Ja, jetzt könnte man sagen, Carlotta Hengeler hat vielleicht da ein bisschen das Stilmittel der Überspitzung und Übertreibung gewählt und hat vielleicht auch genau die passende Passage aus dem Kontext rausgerissen. Könnte man jetzt vermuten. Weil Harald Glöckler, ich habe ja natürlich das ganze Interview gelesen, ich war gefixt und musste wissen, worum es geht. Er hat nämlich gesagt, er will richtig super sexy werden. Und er will eigentlich ins Dschungelcamp gehen und das so aussehen, dass er so unfassbar sexy ist, dass niemand mehr weggucken kann. Also das Phänomen, was man kennt bei einem Autounfall. Das hat er gesagt. Er hat nicht gesagt, hallo, ich möchte aussehen wie ein Autounfall. Was ja jetzt hier so wirkte, als würde sie sagen, er möchte aussehen wie ein Autounfall. Sondern er möchte nur das Phänomen replizieren durch seine Sexiness. Und ich bin gespannt. Ich will es sehen. Ich will es auch sehen und ich glaube, ganz Deutschland will es dann plötzlich sehen wieder. Und wir sehen ja alle so wie, kennst du das bei Das Parfum, wo er dann seinen Duft freilässt und alle verfallen in so einer Riesen, sind alle betört und verfallen in so einer Liebesorgie. Und ich könnte mir vorstellen, wenn wir das erste Mal Harald Glöckler sehen, wie er im Dschungelcamp steht, könnte das ganz Deutschland passieren. Also wirklich, du guckst draußen auf die Straßen und plötzlich irgendwie. Wie ein einziger Swingerclub. Da wird kopuliert. Wie ein Swingerclub. Ganz Deutschland ist der größte Swingerclub Europas. Swingerclub XXL. Also wirklich. Ganz Deutschland wird zum Pascha XXL. Und was du ja normalerweise kennst, Autounfall auf der Autobahn. Ich hätte noch einen anderen Sprung. Da kommen alle hin, deswegen gibt es Stau. Bei Harald Glöckler höchstens Samenstau. Ja, wirklich. Aber nicht bei ihm. Die Reeperbahn fährt durchs ganze Land. Ja, ich freue mich drauf. Ja, Love Train. Weil, wenn du überlegst, dann fängt ja das Jahr 2022 einfach schon grandios an. Ja. Und dann hast du irgendwie Dschungelcamp und draußen ist dann wirklich mal so eine richtige Love Parade. Ja. Also ein heißer Winter und geht dann weiter mit der WM später noch in Katar. Ja, mit einem noch heißeren Winter. Genau. Noch heißeren Winter. Es könnte aber auch so ein bisschen, vielleicht ist es auch irgendwie, das neunte Tor zur Hölle hat sich geöffnet. Es fing an mit Dschungelcamp und Harald Glöckler und endete mit der WM in Katar. Und danach haben wir festgestellt, jetzt geht die Welt unter. Ja, also wirklich. Wer weiß. 2022 fängt richtig gut an. Hatten wir, glaube ich, auch über 2021 gesagt. Fängt richtig gut an. Auch mit dem Dschungelcamp? 2020 war es ja schon. 2021. 2021, eh richtig, da haben wir schon komplett abgeschrieben. Ich glaube, da haben sich jeweils das siebte und das achte Tor zur Hölle geöffnet. Ja, vermutlich. Also es könnte wirklich so sein, dass es demnächst zu Ende ist. Ja, also wie gesagt, Harald Glöckler, ich bin gespannt. Ich warte, ich weiß nicht, war sie schon im Dschungelcamp, Michaela Schäfer? Auf jeden Fall, schon vor Jahren. Und Michaela Schäfer, um da vielleicht getrückt. Sie hat zu früh die Lachgaseinspritzung gezündet. Sie ist nämlich sehr weit weg von der Ziellinie und hat eigentlich ein bisschen den Motor überheizt, würde ich sagen. Aber fährt jetzt vielleicht auf der letzten Rille in die Zielgeraden ein, oder? Ja, bei ihr stellt sich ja wirklich auch dann die Frage, was so das Endgoal, richtig, also was das Endgoal dann irgendwann mal sein sollte. Ja, ich habe eine Theorie. Gleich mehr davon. Ich versuche mich noch mal ganz kurz an der Überleitung, weil, wie hieß unser Freund auf dem Nirvana-Cover? Spencer Eldon. Spencer Eldon. Was Spencer Eldon gebraucht hätte, wäre ja etwas gewesen, um seine Scham zu verdecken. Ja. Oh, jetzt. Was gleichzeitig, aber natürlich auch wichtig, ganz wichtig in seinem Fall, wasserfest gewesen wäre. So, da weiß die liebe Michaela Schäfer, die ja auch schon für viele Body-Transformations irgendwie bekannt geworden ist, Abhilfe zu schaffen. Ja, nach ihrem großen Erfolg bei der Transformation ihrer Nippel, in Form von zwei wunderbaren und sehr ansehnlichen Herzen, hat sie sich nämlich nun Folgendes überlegt. Was genau, lieber Max? Ja, sie dreht ja seit Jahren schon kein BH mehr. Er stört, sie schwitzt, sagt sie. Ist aber in ihrem Fall jetzt auch völlig unproblematisch, weil ihre Brüste stehen ja, glaube ich, ohnehin wie eine Eins. Ja, das ist fest zementiert. Da bewegt sich gar nichts. Also, die überleben jeden Atomangriff von Nordkorea, gar kein Problem. Die steht dann wie so dieses mahnende, mahnende Tor, was man immer so sieht, wenn irgendwelche Katastrophen passieren. Genau, was übrig bliebt, zwei Ratten, drei Schildkröten und die Brüste von Michaela Schäfer. Nee, so Kakerlaken überleben doch immer, das sagt man doch immer. Kakerlaken überleben immer und sie dann auch. Also ihre Brüste. Ja, und jetzt hat sie aber das gleiche Problem nicht nur mit dem BH, sondern auch mit ihren Höschen. Die will sie nicht mehr tragen und Michaela Schäfer ist ja nicht doof. Überhaupt nicht. Michaela Schäfer hat sich überlegt, ich tätowiere mir ein Höschen. Ah ja, ich weiß nicht warum genau, weil da muss sie keins mehr tragen. Jetzt weiß ich nicht, wie hoch die Erwartungshaltung von Leuten war, ob Michaela Schäfer irgendwie irgendwo auftaucht und man sagt, wäre schon schön, wenn du jetzt einen Höschen tragen würdest. Ich weiß nicht, ob das die Erwartungshaltung im Allgemeinen bei Michaela Schäfer ist. Ich glaube, die Erwartungshaltung bei ihr ist nicht besonders hoch. Also, muss ich jetzt mal so ganz allgemein sagen. Und dann ist ja die große Frage, sie hat natürlich sich dann ein Höschen tätowiert. Ja. Jetzt kennst du ja das Prinzip, wir tragen ja beide Unterhosen. Ja, mal mehr, mal weniger. Mal mehr, mal weniger. Aber jetzt müsstest du dir aussuchen, ich sag mal Low-Involvement-Thema. Jetzt würde dir jemand sagen, lieber Jan, guck doch mal in deine Schublade, welche Unterhose sollen wir dir denn auftätowieren? Das Prinzip ist ja auch schon schwierig bei Männern, weil es merkwürdig aussieht. Ganz im Gegensatz zu Frauen, also wirklich. Naja, also sagen wir mal so, da kann man die Simulation eines Höchstens irgendwie noch nachvollziehen. Besser nachvollziehen als bei Männern, das stimmt. Ja, und nachspielen auch, weil es jetzt natürlich so sein kann, erstmal bei der Frau, generell, normalerweise, bei der Frau, die so auf die Welt kommt, wie es jetzt erstmal so biologisch vorgesehen ist, dengelt da ja jetzt erstmal nichts rum. Das sorgt also dafür, dass du schon mal zumindest, was? Also nicht in diesem Ausmaße. Ja, okay. Nicht in diesem Ausmaße. Und bei Männern ist ja jetzt der Mann, der nach evolutionärem Stand heute mit Hoden und Schaft mit Eichel vorne dran montiert zur Welt kommt, hat ja da vorne schon mal so ein Gedängel. So, und wenn du das jetzt tätowieren musst, dann egal, ob du deine Unterhose tätowierst, dann sieht es immer noch merkwürdig aus. Kann man auch nachschauen in einem aktuellen oder in einem der neueren Clips von Steve-O aus dem Hause Jackass, der das auch gemacht hat. Er hat sich ein Fahrradoutfit aufgemalt und fährt ein Rennrad und simuliert Rennradstürze. Und das sieht sehr witzig aus, weil er hat sich halt eine Radlerhose aufgemalt. Ah ja, okay. Und da kann man das Phänomen sehen, dass es nicht funktioniert. Ah ja, okay. Ich stelle es mir irgendwie auch echt schwierig vor. Also wenn man irgendwie versucht hat, allein sich mal einen Finger mit schwarzem Edding anzumalen, da weiß man, da ist so, also was die hohe Deckkraft angeht, gar nicht so einfach. Und so stelle ich es mir auch vor. Und ich stelle es mir auch sehr schmerzhaft vor. Also wenn ich jetzt denke. Das tätowieren? Ja. Ja, und wenn du dann noch im Zweifel beschnitten bist und die Vorhaut fehlt, dann ist es ja nochmal problematisch. Weil, sag ich mal, wenn du nicht beschnitten bist, dann kannst du ja wenigstens irgendwie nach vorne ziehen, Bändchen drum machen, da kann nichts rausflutschen. Aber du musst halt aufpassen, wenn du, dann musst du dir halt wirklich auch die Eile mit tätowieren. Ja, das wird schmerzhaft, glaube ich. Oder du musst halt sagen, das ist der fleischfarbene Knopf an meiner Boxer-Shorts davor, ne? Ja, weiß ich nicht, wäre aus meiner Sicht inkonsequent. Muss schon mit tätowiert werden. Aber wird schmerzhaft. Also, das ist so ein Problem. Oder du musst den Rest halt in der Farbe deiner Eichel tätowieren. Ja, dann ist es auch wieder komisch. Ja, das ist dann die Farbe deiner Boxer-Shorts. Das ist eickelfarbene Boxer-Shorts. Überhaupt finde ich so. Also toller Folgentitel, oder? Ja, toller Folgentitel. Die eickelfarbene Boxer-Shorts. Ich finde es eh teuer, wenn man irgendwie diese Farbe auch mehr so generell in der Mode verwenden will. Ich sehe da jetzt weniger so ein Gelb. Ich sehe mehr so ein Eichelfarben. Ja? Sehe ich bei dir. Ist so ein bisschen pastellig, oder? Pastellig oder Eichelfarben. Ja, ist das nicht so ein pastelliges Ohr? Doch. Es könnte ein pastelliger Ton sein. Kommt, Typfrage. Kommt auch hier wieder ganz drauf an. Klasse Thema. Für die Leute, die noch da sind, haben wir noch was, oder? Wir haben noch was. Nee, ich wollte nur ganz kurz nochmal einhaken. Nämlich, wenn du dich ja dann einmal festgelegt hast, dann ist das ja vielleicht praktisch. Aber jetzt stell dir mal vor, jetzt auch im Falle von Michaela Schäfer, weiß ich jetzt nicht, was gerade so ihre Beziehungssituation ist. Aber jetzt stelle ich mir nur mal vor, jetzt lernt sie irgendwann in ihren... Da kannst du mir damit in den Wahnsinn treiben. Ja, nee, jetzt lernt sie irgendwann nochmal jemanden neu kennen. Jetzt muss der natürlich zwangsweise ja auf den Gedanken kommen, diese Person trägt permanent die gleiche Unterhose. Weißt du? Der wird gar nicht geregst. Trennungsgrund, das ist die nächste Bild-Headline. Trennungsgrund. Ex-Freund von Michaela Schäfer ging in der Annahme, dass Michaela Schäfer dauerhaft über die gleiche Unterhose getragen hat. War angewickelt, hat sich getrennt. Richtig. Also das ist ja dann auch wieder so ein Fallstrick. Ja. Sollte sie nochmal drüber nachdenken, finde ich. Ja, jetzt ist es ein bisschen spät. Jetzt ist es doof, ne? Achso, ist schon drauf. Ja, ist schon, klar. Achso, es ist schon, ich dachte, sie überlege noch. Nee, nee, nee. Es ist schon, also es ist vollzogen. Es ist schon drauf. Es ist schon drauf. Ah ja. Da wurden Nägel mit Köpfen gemacht. Also ich muss sagen, ich finde es kultig. Naja. Ja. Wir haben noch ein allerletztes Thema. Frage an die Trend-Redaktion. Ja. Setz dich, ist das der neue Trend für 2022? Aus zu spät. Tätowierte Klamotten. Also wir haben uns ja immer schon gefragt, was kommt nach immer mehr Entblößung? Also und irgendwie, welchen Look kann man noch gehen, um noch ein bisschen krasser zu sein, ne? Ja. In Videos werden nur noch Tangas und Hotpants getragen. Von den Rapperinnen, von den Typen werden nur noch so irgendwie enge Unterhosen, wo sich die Dödel abzeichnen. Ist der nächste Trend wirklich nur noch Bodypaint, aber auftätowiert? Wirkt erstmal im jetzigen Moment noch in weiter Ferne. Aber ich habe es ja auch schon gemerkt, ich war ja dieses Jahr an vielen Stränden unterwegs und ich bin ja ehrlich gesagt in dem Mindset groß geworden. Badeanzug ist sozusagen, ja, das, was gerade noch so an der Grenze ist, ja, an der Grenze des guten Geschmackes und gerade noch so ethisch, moralisch vertretbar. Habe aber dann gesehen, im Grunde genommen wird überall mittlerweile am Strand ein knappes Höschen, ein Tanga, wenn überhaupt noch getragen. Und das wäre für mich, ja, als Trendjournalist vor zehn Jahren noch undenkbar gewesen. Und jetzt zehn Jahre in die Zukunft geschaut, denke ich, da werden wir vielerorts die aufgemalte Unterhose sehen. Ja, weil ich habe jetzt auch mich nochmal mit dem Thema Haartransplantation beschäftigt und da wurde mir oft angezeigt, ein neuer Trend, Haare auftätowieren. Ja, wenn du so die Kurzhaarfrisur wählst, dann werden dir wirklich, ja, am Endeffekt ist das Tätowieren. Ja, dann werden dir einfach so die freien Stellen einfach auftätowiert, ja. Ja, kann man machen. Kann man machen, so wie die Sommersprossen auch auftätowiert werden können, ja, das hat Michaela Schäfer übrigens auch gemacht. Und, äh, also es fing an, wie gesagt, Tattoo, erstes, wie gesagt, die Herznippe. Interessanter Einfall, muss man erstmal drauf kommen. Aber das muss ja dann toppen. Ich glaube, das ist... Dann hat sie sich gesagt, dieses Höschen. Und ich glaube halt, diese Transformation. Ja. In zehn Jahren wird es wirklich so diesen Look geben. Es gab doch mal diese Katzenlady. Ja. Und da gibt, man kennt sie ja immer nur als sehr Umoperierte, die dann ja auch vor ein paar Jahren, glaube ich, gestorben ist. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich aber durch Zufall mal recherchiert, wie sagt diese Frau... Ich glaube, sie ist in dem Moment gestorben, als diese Mittagstalkshows wie Ricky und so hier bla 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 am Mittag, Olli Geissen am Mittag, als die auch verschwunden sind aus der deutschen Fernsehlandschaft. Da wusste die Katzenlady, okay, mein Dienst an der deutschen Gesellschaft ist getan. Aber das war doch eine Amerikanerin. Ciao, mit V. Ja, aber sie war trotzdem oft hier in deutschen Formaten zu Gast. War das so? Ja, ja. Also das war im Grunde genommen, sie war nach, glaube ich, ja, sag schon, David... Brigitte Nielsen. Nach Brigitte Nielsen und David Copperfield war sie quasi die heißeste Ware vom großen Teich, ja. Ja. Und ich habe mir dann mal die Mühe gemacht, hinter jedem Menschen steckt ja eine Geschichte und habe mir Bilder angeguckt, wie diese Frau mal ursprünglich aussah. Und war eine... Also ich sage mal ganz kurz, da muss ich jetzt auch mal einhaken, ja. Also man gerät wirklich auch manchmal in merkwürdige Rabbit-Holes, oder? Ja, was hast du denn heute gemacht, Max? Ja, also ich habe nochmal ganz genau nachgeprüft, wie eigentlich die Katzenlady früher aussah und wie die auf ihren quasi Body-Transformation-Trichter gekommen ist. Das war ja quasi... Es gibt eine ganze Fotostrecke über jeden Verwandlungsschritt. Ah ja, okay. Und kurz danach sah ich dann diese Story, Michaela Schäfer hat sich Hose tätowieren lassen. Ah, okay. Und da hast du sie... Es könnte sein, dass wir in ein paar Jahren... Ja. Weil wir sind ja schon modisch in den 90ern angekommen. Ich warte nur darauf, dass Formate wie Arabella und Olli Geissen und so wiederkommen. Ja, ja. Also ich glaube... Und dann brauchen wir ja wieder eine Katzenlady. Und wer könnte diese Rolle einnehmen? Ja, Michaela Schäfer oder halt einfach Daniela Katzenberger. Ja, das wäre toll. Und ich bin ja dabei... Und dann habe ich auch eine Chance, dann brauche ich mir keine Haartransplantation mehr zu machen, sondern ich mache mir dann einfach eine Frisur wie Ricky. Ja. Da brauchst du ja nur noch so einen kleinen Kranz in der Mitte, so drei Pinöppel. Da hat so ein Mann mit dieser Frisur und einfach so eine Talkshow gemacht. Und halt Leuten wirklich Ratschläge und Empfehlungen übers Leben gegeben hat. Und sah halt irgendwie so ein bisschen aus wie so ein Mensch gewordener Teletubby eigentlich, ne? Ja, war die Zeit. Also... War die Zeit. Ja. Ja. Klasse. Wir waren crazy drauf in den 90ern. Also wirklich da nochmal Anknüpfungspunkt zuvor hin. Zu meiner Empfehlung, bitte nochmal den heißen Stuhl gucken. Ja, die 90er. Ich glaube, das löst... Weird Times. Weird Times, das ist auch ein bisschen die Auflösung für deine Frage, weil das war ja auch parallel möglich. Ja, und das Cover von Nirvana. Ja, richtig. Und Rudolf Scharping. Man muss wirklich sagen, die 90er rückfliegen. Also craziest decade of all times. Ja, auf jeden Fall so... Also wenn es so Dekaden gäbe, dann wären die 90er so ein Lost Place der Dekaden, oder? Ja, völlig. Keiner wusste mehr so richtig, was los ist, oder? Völlig abgedreht. Und ich glaube, da zeigen sich jetzt rückblickend auch erstmal so richtig die Spätfolgen von Tschernobyl. Ja, man hat es irgendwie nicht unbedingt gesehen, weil den Leuten dritter Arm gewachsen ist, aber das war einfach so ein Jahrzehnt, wo die Leute so völlig durchgedreht sind. Ja, und das muss man jetzt auch, und da kommen wir vielleicht zum Ende und können eigentlich nochmal so an den Punkt kommen, zu sagen, jetzt werden die Weichen gestellt. Ja, damals wurden die Weichen gestellt in den 90ern und das hat uns heute Dinge beschert, wo wir denken, da hätte man damals schon irgendwie drauf achten sollen. Und genau so ist es jetzt auch wieder, ja. Jetzt drauf achten bei der nächsten Wahl, dass vielleicht wir erst in der Retrospektive erkennen, dass vielleicht die 2020er Jahre noch viel wilder und bescheuerter waren als die 90er. Und um das zu vermeiden, muss man sich damit beschäftigen, wen man wählt und was man wählt. Das ist ja viel wichtiger, nicht nur wen, sondern was. Und das Was ist das Wahlprogramm dahinter. Und das ist, glaube ich, viel, viel wichtiger. Und das muss man halt in Deutschland eben auch nochmal sagen. Wir sind, hier gibt es keine Personenwahl, sondern hier werden Inhalte gewählt. Und das ist zwar ein bisschen anstrengender, aber damit sollte man sich wirklich auseinandersetzen. Deswegen machen wir auch den Wahl-O-Mat. Deswegen machen wir auch den Wahl-O-Mat. Und den anderen, den, wie hieß der nochmal? Mal-O-Wat. W-A-T-O-Mat. Nee, Mal-O-Wat. Mal-O-Wat. Ja, und das ist wichtig. Wie gesagt, setzt euch mit den Inhalten auseinander, auch wenn es ein bisschen painful ist, aber es ist wirklich entscheidend. Und ja, bitte auch nochmal einfordern, weil das hatten wir auch in der vergangenen Woche gesagt. Einfach runtergebrochen, bitte. Ja. Also, wo sind die Insta-Swipes? Wo sind die TikTok-Videos? Wir wollen sie jetzt so wirklich langsam sehen. Und wenn es nicht möglich ist, Max, ich glaube, wir sind ja auch beide Machertypen. Ja. Wir machen es einfach selbst. Dann machen wir es selbst. Also, wir machen es einfach. Oh, weißt du, und dann, wie heißt der denn? Oli Wurm. Oli Wurm mit seinem Grundgesetz. Er hat es ja so gemacht. Und das machen wir auch so. Wir brechen das runter, das Wahlprogramm. In einer netten Infografik. In einer Infografik, beziehungsweise so, wie wir es verstanden haben. Ja, ja. Weil zum Teil ist es ja auch so ein bisschen unkonkret und verklausuliert. Und wir machen es konkret. Und wir machen es einfach mal so, wie wir es jetzt verstanden haben. Ja. Da können sich die Parteien bei uns melden, ob wir das richtig verstanden haben. Und dann, also eigentlich, das ist von uns sozusagen so eine Art evozierter Shitstorm. Ja, oder einfach so, wie man es auch im Beruf am besten einfordern kann. Keiner kleiner Lifehack, ne. Wenn man Aktion seines Gegenübers einfordern will, auch von seinen Oberen, dann legt man einfach selber was fest, schreibt es in die Runde. Ja. Und wenn man dann keine Antworten kriegt, dann muss man es anders formulieren. Dann muss man sagen, eine Nicht-Antwort werte ich als Zustimmung. So, und das sorgt dafür, dass du die Leute in die Aktion zwingen kannst. So, und ich denke, so werden wir es machen. Und wenn uns da jemand widersprechen sollte, also wenn jetzt irgendwie, beispielsweise die SPD oder die FDP oder wer auch immer, auf uns zukommt und sagt, nee, das war jetzt nicht so gemeint, dann können sie es wieder richtig stellen. Ja. Das bieten wir ihnen an. Aber nur die jeweiligen KanzlerkandidatInnen dürfen dann bei uns in den Podcast. Ich nehme jeden. Ich nehme jeden. Nee, jeden nicht. Also alle außer die AfD. Tierschutzpartei darf gerne kommen, ja, aber die anderen nicht. So. Ich meine vom Rang der Parteien her. Ah ja, okay. Ja, also schon so Top Tier. Generalsekretär. Top Tier, sage ich. Ich würde gerne Generalsekretäre, so. Bösstes, egalstes Amt der Welt. Aber trotzdem, unter Generalsekretär machen wir es nicht. Nee, aber Generalsekretär ist wirklich so der beschissenste Hoch, also highest ranking, nobody cares Job der Welt. Aber ist Generalsekretär nicht der Lars Klingbeil bei der SPD? Ja, aber ist so. Ja, genau. Man weiß nicht, was er macht, aber angeblich ist er trotzdem für den Erfolg mitverantwortlich. Tippse. Ich glaube, er organisiert den Wahlkampf. Aber pass auf, wenn wir nehmen würden, wir würden den Vorsitzenden auch nehmen der Jungen Union. Ja. Und was ich nämlich wirklich bemerkenswert finde, immer diese Typen, die Vorsitzenden sind der Jungen Union, sehen wirklich nach einem aus oder nach einem nicht aus, nach Junge Union. Also nach Jung vor allem. Also in die Junge Union steckt ja auch Jung drin. Ja, man weiß nicht immer, ist es der Ältestenrat der CDU oder die Junge Union? Ja, also wirklich. Also pass auf, da machen wir auch ein kleines Quiz vielleicht dazu, bei uns auf Insta. Da übrigens nochmal der Aufruf, folgt uns at zeitgeistundwunderlich.de. Wunderlich at zeitgeistundwunderlich nicht.de. Folgt uns. Ja, das ist eine Promo. Und die Leute geben alle ein. At zeitgeistundwunderlich.de. Es kommt nichts. Und dann nicht.de at zeitgeistundwunderlich. Diesen ganzen langen Text geben die ein und wundern sich. Sehr wunderlich. Das ist wirklich sehr wunderlich. Okay, in diesem Sinne, man merkt schon, wir müssen, glaube ich, jetzt so langsam abrätten. In den Sauerstoffzellen zurück. Weil, ja, ja, ich muss zurück in die Kühltonne. Ich muss zurück in den Schrank. Also, ihr Lieben. Ja, und wir müssen nächste Woche, du hattest noch ein Thema mitgebracht. Ich weiß nicht, worum es geht. Das machen wir auch nächste Woche. Das machen wir die nächste Woche, denn es ging um eine Knochenbrecher-Achterbahn. Ja, und Kegeln. In Japan und das Thema Kegeln wird alles nächste Woche besprochen. In diesem Sinne, genießt die Woche und genießt hoffentlich das schöne Regenwetter, wo ihr auch immer seid. Fühlt euch geküsst, wir küssen eure Augen. Ciao. Tschüss und ich mache jetzt die Arschbombe in den regenvollen Pool. Tschüss. 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 Tschüss.